Sofort rausgeflogen. Hammergut. So, Team Schwiffy. Iffy mit neuem Haarschnitt. Ich glaube, Iffy hat die Frisur von dem neuen Hawkeye aus dem letzten Avengers-Film. Spoilers, er hat ne neue Frisur. Huch! Mega, ich hab nicht mal Infinity War geguckt. Infinity War war hammergut. Boah, ey, ich glaube nicht. Ja, der war auch ganz gut, aber... Willst du mir die Brille aufleitern? Alter, ich bin... Ich bin viel zu meh. So, guck mal, ob wir überhaupt beide drin sind. Easy. Ja, ich hab übrigens Dings, Alter, das hab ich Konsti gestern Nacht noch gesagt, wenn wir nachher, äh, wenn wir so Aftershow-Party-mäßig was machen wollen. Am Hackeschen Markt ist etwas, das nennt sich Bierfest. Digga, Mann! Und ich hab nen ganzen Haufen Gutscheine fürs Bierfest, für Gratis-Bier wieder draufschicken. Und Bruder, ich hab hier Stacks on Stacks, also so ist es nicht, ne? Es geht hier völlig zur Sache. Ich hab's nicht früher gesehen, aber ich dachte, Digga... Ey, Atzen. Bruh. Bruh. Das ist halt ein ganzer Kastengefühl. Ich glaub, es sind wirklich so 20 oder so. Ne, weil ne Freundin von mir da irgendwie gestern war, und weil die wegen ner alten Arbeitskollegin von sich da war, leeren Freund dort mal gearbeitet hat, in der Lemke Brauerei. Und, Alter, ey, die Leute... Über fünf Enten, Digga. Digga, wirklich, ne? Ich kannte da niemanden. Ich kannte da eine Person. Aber Leute in Brauereien, ne? Also das war alles, alles Leute, die da arbeiten. Oh Scheiße, warte mal, wir müssen hier mal aufpassen. Geht hier schon los. Egal. Ey, aber Brauerei war auf jeden Fall verrückt. Die haben uns da ne Tour gegeben, völlig besoffen, da sind die ganze Zeit Kisten und Fässer umgefallen. Das war sehr wichtig. Ich könnte sicher nochmal. Aber wenn du in der Brauerei arbeitest, du kriegst ja auch jeden Monat irgendwie zwei Kästen oder drei oder so. Digga, die saufen jeden Tag am Ende. Die haben gesagt, wenn die wollen, saufen die jeden Tag. Ja, wo? Ja. Uuuuh, Iffi! Schön abgeholt. Azzosulfaren wusste nicht, was sich erwartet. Dann ist drückt mein Stück. Ja. Ich musste jetzt gerade... Also das ist eigentlich der TU-Stuhl, fällt mir ein, aber egal. Kommt, sie ist eh nicht da, also. Keine Stühle, ja. Wir können hier aber auch mal... Oh Mann, ich würde das voll gerne bearbeiten hier. Davids würde ich aber nicht kennen. Ah, hier. Supreme Stream Software. Ja, das ist nicht ganz... Tura gegen AOV. Was ist das eigentlich? Stiffy, Schwung, Wayne... Ich glaube... Ja, ich glaube das passt da nicht ganz rein. Ist egal, ob das da rein passt oder nicht. Reich, Walder, Sch... Ähm... Er ist nicht spülen. Kaffee, Kotz und Skiff, Spülen, Kotz. Keine Ahnung. Bei Spüren Kotz, war das nicht auch Konsti, der in die Spüren Kotz hängt? Das ist Konsti, ja. Aber ich glaube dieses Meme basiert auf Konsti. Auf jeden. Äh... So, hier. Welches Meme bei Konsti? Ne, leider nicht. Leider kann man keine reinmachen. So. Äh... Save. So, mal gucken, ob's passt. Ich glaube das ist... Hey! Ja gut, okay. Bei Greifswalder Spüren Kotz, ist Arzosulfam der andere. Und wir werden das sehr oft sagen. Arzosulfam ist... Welcher ist denn der? Die Pizza? Die ist chic. Pete? Ja? Okay. Das stimmt. Oh, Mutter! Alles muss man falsch machen. Schwiffi ist auch Top 6 gesiedelt, also... Schwiffi ist Top 6, also die müssen das gewinnen, sagst du? Ja. Ja, ich meine, im Moment sieht's okay aus, aber es ist relativ ausgeglichen. Ja, schon. Also, Ify ist halt, ne, kurzer... Oh mein... Oh mein Gott! Das war der Nutschulizer, Alter. Schwiffi hat geräumt und dann hat... Also, Legit halt, alle ist gleich. Gottmilk einfach komplett nochmal mitgenommen, was da zu holen ging. Auf jeden... Okay, ja, aber es ist halt sehr sehr ausgeglichen. In der Tat. Oh oh, oh oh, das war Sam Stock. Und jetzt muss Ify aufpassen. Oh, der hätte gegeben werden können, der Kollege. Was erwartet denn? Hattest du so erfahren, was da jetzt passiert? Wenn er ihn so 5 Meter weiter gegrabt hat? Wir machen mal ein paar Downsmashes, wer weiß. Ja, ich weiß ihn. Digger. Komm, wir respawnen erstmal schön. Oh oh, und das war Ify! Und da, ja, und die Supreme Reader-Kombo-Peach-Chic, ja, die... Peach-Chic, oh Digger. Behauptet sich mal wieder. Die Pressure... Die Pressure auf der Plattform... Oh mein Gott. Ja, aber das Ding ist, ist ja auch nicht dumm so... Ist nicht falsch. Wenn, äh, wenn hier... Also so Farben... Nee, Gottmilk da vordersteht, also vor der Plattform... Ja, ja. Wo soll Sam hin? So, ne? Ist halt wirklich so. Aber Sam lebt noch. Und ja... Damn, Digger. Oh! Das war ohne Sprung, ja. Da ist jetzt erstmal Feierabend. Äh, ja Kinder. Und so... Könnte das erste Upset vielleicht sogar schon passieren. Digger. Greifste oder Spülenkotzen. Damit hat niemand gerechnet. Holen Sie sich das erste Game von Schwiffy. Von Schwiffy. Von Schwiffy. Äh, Dusi, ich hab so... Ich hab so zwei, drei oder so... Ne, warte mal. Ich glaub ich hab drei getrunken, aber waren 0,2er. Also 0,2,5. Also kleine, runde Gläser so. Ähm, war ganz gut auf jeden Fall. Also ist halt so ne kleine Brauerei. Am Hackeschen Markt in Mitte. Die Lemke Brauerei. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Die machen auch dieses Störtebäckerbier zum Beispiel. Äh, und ja, ist ganz gut auf jeden Fall. Die Leute da waren sehr, sehr bekloppt. Weil als ich da ankam so gegen eins, waren die alle schon völlig Hacke. Aber hammergeil so. Also die waren cool drauf. Und ich hab jetzt noch ungefähr 20 Gratis Bier in meiner Tasche. Da können wir hinterher vielleicht nochmal einen kleinen Blick vorbei werfen. Uh, okay. Und ja, Sam nimmt diesen Tray in Kauf, äh, Ify da ein bisschen wegzukloppen. Weil er den Kill an, äh, Gut Milk bekommen hat. Was sagst du zu dem Counterpick? Blau hat den Counterpick. Ja, ja, voll. Ja, easy. Ich denke, ist der einzig Richtige, ne? Ja, ich denk schon. Also gerade für Fox ist halt mega cool. Ja. Uh, erwischt. Okay. Okay. Damn. Der Team Kill ist natürlich nicht so geil. Aber auch wirklich konsequent, ne? Er ist einfach hin und hat ihn weggeratzt, ey. Hammer. Komm mal. Er hat es durch Schild gemacht, aber trotzdem. Aber ja, diese... Slide-Lead von Blau Team. Ja, ja, dieses Ein-Stock-Lead-Ding, das ziehen sie halt durch, aber... Ist halt, aber auch von Teams auch nicht zwingend ein Lead. Ja, ja. Ja, aber... Wie wir halt eben gut gesehen haben. Aber God Milk, genau. Weil God Milk jetzt auch gerade überhaupt nicht irgendwie im Vogel steht. Die nicht so richtig viel Damage rein kriegen, aber das blaue Team irgendwie die ganze Zeit schlecht tradet. Ja. Guckt die die Scheiße an, ey. Und irgendwie... Ah, schon wieder mit dem Team Kill. Ja, ja, ja. Der nächste Team Kill. Der nächste Team Kill. Der nächste Team Kill. Oh, wow, Alter, ja. Das ist kein Killbar. Schweinerei. Drei. Vier. Ray. Ja, aber das ist auch wirklich ein heilloses Durcheinander mit diesen beiden Teams hier. Da gibt's relativ wenig Koordination. Da wird viel probiert. Da wird einfach nur... Ich schaue mal eine Hitbox raus, vielleicht trifft die. Genau. Es wird relativ viel so eins gegen eins probiert und dann nicht so richtig viel drauf geachtet, wo der andere dann jetzt steckt. Und das ist ein bisschen schwierig immer, aber es ist ja auch die erste Runde. Und es ist ja Arcadian. Ja, eben. Du hast es noch gesehen, den wunderschönen... Oh! Aber es waren 104% oder so. Ich glaube, das ist ertragbar. Das ist ertragbar. Das ist ertragbar. Oh, 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 oh! Der ist gerade nach hinten losgegangen. Aber das Turnip hat ihn gerettet. Jesus Maria, wie konnte das geschehen? Okay. Und ja, es ist immer noch ungefähr ein ganzer Skoglied, wenn sie den Kill auf Absolut Farm endlich kriegen. Oder God Milk? God Milk ist, glaube ich. Ja, God Milk ist wie Chic. Hey, das ist so verwirrend für mich. Ich kenne die beiden halt nicht. Also ich habe God Milk einmal gesehen, aber ich wusste nicht, ob Peach oder Chic. Okay, also ich würde halt mal sagen, dadurch, dass es über Peach gerade so steht... Ah, ja. Okay. Ich meine, es ist bei den anderen halt auch nicht... Ich meine, der Marth hat halt auch schon... Das Ify. Aber das ist das Ify von Schwiffy und nicht das Ify von Ify, Digga. Ja, aber das ist das Schm von Sean Wayne. Ja, ja, auf jeden. Es ist halt eben nicht. Und jetzt das Ding, ne? Sam auf dem letzten Stock und halt auch schon den Kill-Prozente. Oh ja, easy. Wenn die... Und Acyzulfan noch nicht in Kill-Prozente. Ja, aber dafür... Ja, jetzt wird's schwer. Ja, ja, ja. Vor allem in dem Moment, wo ich sage, Acyzulfan nicht in Kill-Prozente. Und zack, in sein Tod ist er weg. Uh! Der Fox geht... Oh mein Gott. Wenn er jetzt schnell... Ja, aber nee, das sehe ich nicht passieren. Ich glaube, da kommt ein 1-1. Ich öffne schon mal dieses Ding hier. Guck mal. Und zack. Aber es war dann doch... Also dafür, dass der Counter-Pick sehr, sehr stark ist, war es dann schon relativ knapp noch. Wobei, die hatten doch einen ganzen Stock, mit dem sie spielen konnten von Ify. Ja, das stimmt. Einen ganzen 0% Stock. Aber wir haben halt auch schon gesehen, wie... Sachen gekaffekt worden. Konntest du dir was gönsten? Einen Schabama? Nee, das ist bei dem Kaffee drüben so ein Hummusbrot. Uh! Was hast du bezahlt? Das ist zu viel. Okay, dann will ich's nicht probieren. Das ist doch nicht normal. Wo sind wir denn hier? Ja, das ist halt ein tolles Kapitel. Ja. Da kostet ein Kaffee, glaube ich, auch irgendwie 1,90 oder so. Digga, 3,50 klingt voll okay. 3,50 für so einen kleinen... Nee, das macht ja nichts nach dem. Konzi? Kann man zum ersten Pick zurück in Doubles? Kann man zum ersten Pick zurück in Doubles? Wenn man einen Bock hat. Anutus Neryad. Dummes Duped Rule. Ja, dürft ihr. Die deutsche DSR ist, man darf da hin, weil die neutral ist. Weil die dumme ist. Weil die neutral ist. Weil die erste Stage neutral ist. Genau. Deswegen darf man da immer hin. Und beweist... Ich schwöre, ich hab damals im Backroom vor 10 Jahren dafür argumentiert und wir haben das gemacht. Ich bin mit schuld daran, dass wir diese Regel haben. Geil. Das zeigt ein komplettes Unterständnis davon, dass es so Match-Ups gibt. Ja, ja. Aber es war damals ja auch nicht so. Es gab damals keine Match-Ups. Peach hat damals Streamland gecounterpinkt. Und obwohl sie hingehen dürfen, also obwohl sie zurück dürfen auf Battlefield, sind sie auf Dreamland gegangen. Dann hat die Frage sehr viel Sinn gemacht. Nein, nein. Dann hat Team Swiffy die erste gebannt. Also Battlefield gebannt. Also Battlefield gebannt. Genau. Dann haben sie Battlefield gebannt. Okay, ich muss bloß... Ah, ich muss jetzt auch kommen? Ja, ja. Ah, okay. Ah, das macht dann aber voll Sinn auf jeden. Ja. Aber die Frage ist, kommen sie dann auf Dreamland besser parat? Also das ist halt für den Fox ganz geil, weil der Fox halt sehr viel Raum hat. Gleich von der Kappe. Ach so, ja, das ist... Ey, das ist ein Prima-Ups. Mega, sehr. Hast du cool gewonnen? Mega. Da drüben war Wabbel zu spielen werden, oder? Also vom Ding her hat der Fox halt sehr viel Raum auf der Stage, aber ich weiß nicht, ob Ify derjenige ist, der mit dem Raum so gut umgeht, weil er nicht so richtig gegen Support spielt, nicht so richtig auf dem... Also immer dem Marv auf der Lauer ist, um zu gucken, wo er jetzt, ähm, wo er jetzt mitnehmen kann. Also wenn der Marv jetzt irgendeinen Hit macht, dass der Fox dann halt connected in seiner Support-Rolle und überall schnell sein kann. Dafür wäre die Stage halt gut, aber... Ich seh Ify das jetzt nicht so wirklich machen, das ganze Set über... Oh, der Scheinstreich, das könnte sein! Oh! Oh, ich dachte, er machte Back-Air. Von Fox. Also wir uns einigen. Ich hab da ne Back-Air gemacht. Deswegen, also ich bin noch über die Rollenverteilung bei Ify und Sean Wayne nicht so... Oh nein, Sean Wayne mit dem unglücklichen SD! Er wollte die Letch für Ify freimachen und hat sich ein bisschen verschätzt. Aber das passiert einem ja auch hier, ne? Das passiert einem ja, wir schwitzen hier wie die geölten Affen, ja, ist alles... Ja, das ist wirklich so... Oh, bis willst du noch zwischen uns? Platz haben wir noch. Du kannst doch auf meinen Schoß, Ligger. Du kannst auch auf Jan-Bus-Schoß, da ist Platz für uns beide. Ich brauche mich nicht dadurch zu klettern. Ey, Dusi, wenn du Bier willst, komm doch vorbei. Das kostet hier 50 Cent. Das ist weniger, als du für eine Fahrkarte bezahlst. Wir haben vorhin... Ich glaube, Konzi hat ein paar Set-Rivka-Faces gepostet. Berlin 13 Cent. Berlin 13 Cent. Ist unser... Ist unser Dings wirklich Berlin 13? Ey, das ist zufällig geredet. Ich wollte... Ja, ja. Ich wäre okay mit Rivka-Service-Problem. Deswegen, wenn du siehst, kann man das mit meinem echten Namen verbinden. Ah, ja, ja. Wenn ich das irgendwie mal nach Google als erstes gehört, ist das scheiß Twitch die Maul. Ja. Ja. Aber Berlin 13 ist... Ja, Berlin... Ja, Berlin hat Berlin und Set-Rivka eingeben und Twitch hat die Berlin 13 Zeit-Rivka-Service. Ja, das ist noch so viel zufällig noch. Ich glaube, dass unser Ding, dass unser Twitch-Ding jetzt für Emotes immer Berlin 13 ist. Ich glaube, so ist das. Geil. Weil du ja immer einem vording hast, dann wird wieder Emote heißen. Es gibt's schon in Berlin. Es gibt wahrscheinlich einfach Berlin 1 bis 12 schon. Ja, ich denk auch. Weißt du? Wenn ich wieder Sam kille. Oh, oh. Siehst du? Und da kommt die Stage denen aber zugute. Sam auf der hohen Top-Plattform. Peach kann keine Follow-Ups. Wäre auf Battlefield aber ähnlich gewesen. Okay. Sam mit der doppelten Air Smash. Oh! Das ist es noch nicht für Godwilk, aber... Oh, Godwilk ist in Zelda. Ist in Zelda-Form. Und kommt nicht zurück! Oh, no! Es ist Azzesulfam alleine gegen Team Schwiffy. Azzesulfam. Azzesulflam. 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 Kann er's machen? Kann er's machen? Oder ist Schwiffy jetzt... Nee, die haben zu viel Position gerade. Oh mein Gott! Wenn Sam da abgeholt worden wäre, ich... Wow! Fähre ich so ab, er hätte ich ihn. Jawollex. Okay, und Team Schwiffy macht das Comeback. 2-1 für Schwiffy. Ja, mega. Das war ja ein fulminanter Einstieg hier für dieses Scheiß-Teams-Turnier. Wer ist jetzt ran, Konzi? Sag es uns! Jetzt! Ja! Ich glaube, Limburg-King und... ...Gegen wen spielen die? Gegen wen spielt ihr? Gegen Schwiffy? Diese Opfers! Die heißen Doppelrunde. Das ist die einzige Doppelrunde. Das ist die einzige Doppelrunde. Du da? Nicht. Naja, das ist links hier. Und Boys. Ich dachte, die heißen Team Zucker. Reisweiter-Spül-Kosten gegen Django-Master. 777. Wie heißen die? Doppel-irgendwas. Reisweiter-Spül-Kosten oder was? Nein, nein. Ich dachte, die heißen Team Zucker. Nein, nein. Die heißen Doppelrunde. 1G-Doppelrunde. Das G-Klein und mit einem Leerseichen dazwischen. Also zwischen G und Doppelrunde. Der zweite Spieler bei 1G-Doppelrunde ist übrigens Lemurenkönig. Aber deren Name ist so lang, dass man es nicht sehen kann. Deswegen sage ich es euch. Lemurenkönig ist der andere Fox. Drei Foxe sind ein armer, armer Marv. Ja, Digga. Das ist der Staff, aus dem ihr Albträume sind. Paule, wer ist wer? Okay. Wer ist wer? Lemurenkönig ist 1G. Alles klar. Und Gel-Jung ist... Fratsch. 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 Das ist, äh, diese scharfe Chinamann-Soße. Ich wollte gerade... Die ist Ratscha-Soße, ja. Hatte ich auch dran gedacht, Digga. Hey, warte mal. Hat StormRed gerade gesagt, scheiß Teams-Turnier? Es reicht! Kollege. Hey, Digga, du hast das halt gerade gesagt. Und er hat das nur wiederholt. Nee. Teams-Turnier. Nee, Digga. Mehr machen hat er nämlich das. Würde ich niemals sagen. Victor? Victor ist hier? Ja. VK-Victor? Achso. Weiß ich nicht. Nee, ich glaub' der nicht. Wollte grad sagen. Was will der denn hier? Weiß ich... Ja? Krass. Ah gut, beim letzten Arcadian war ich aber um 12 auch schon völlig aus dem Leben getreten. Digga, letztes Arcadian... Ich weiß noch, letztes Arcadian, wo sich Urs und Buchsbaum einfach noch die Gürtelfeind geliefert haben. Oh mein Gott! Stimmt, die haben sich noch gegürtelt. Boah! Letzt Arcadian war eklig, ja. Auf jeden Fall. Wie betrunken Duzern war. Oh ja. Okay, wo geht's hin? Okay, Axt, ein Stadium. Drei Fox das ein Mal auf Stadium. Das wird richtig unangenehm für den armen Sam. Ich mag es bei Niffx-Pro. So, und dann gucken wir mal. Das Ding ist ja, wir haben ja gerade gesehen, dass Ify durchaus dazu tendiert, seinen Teammate mal einen mitzugeben. Ja, definitiv. Ich glaube aber auch, dass Team 1G-Doppelrunde da ähnliche Probleme haben wird. Oh mein Gott! Geld, Junge! Die Awareness! Auf jeden Fall! Oh! Oh damn! Oh damn! Oh damn! Oh, er lebt! Er lebt! Er lebt! Oh mein Gott! Jetzt kommen wir aber langsam auf die Sachen. Zweite Runde Teams und das rastet schon völlig aus. Digga, man weiß noch gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Geld, Junge! Der letzte Arcadian-Gewinner zeigt dir, warum er eigentlich nicht mitspielen hätte dürfen. Naja, gut, also stimmt schon irgendwo. Stimmt schon irgendwo. Guckst du dir die Scheiße mal an? Hä, hat er nicht in Puls gegen den einen Match gedrofft? Ja. Zwei Leute Matches gedrofft. Oh damn! Ich wette, das hat er nur gemacht, damit er verwundbar aussieht. Digga, das sind schon die Pre-Top-8-Find-Games einfach. Ja, ja. Die treffen sich wieder. Oh mein Gott, die Sam! Oh mein Gott! Sam, das ist Sean Willen. Ja. Ah! Und Ify kennt sein Team-Man nicht! So, dann holt ihn zurück! Digga, was geht denn hier an? Was soll der Scheiße denn? Da steht halt Ify dran und deswegen denke ich es ist Ify, Digga. I have a simple brain. Da steht zwar Ify dran, aber da ist kein Ify drin. Da ist nicht Ify drin! Nee. Oder ist das Ify's Marv, mit dem wir so lange nicht gerechnet haben? Ich kenne aber vor, auf uns Sab's Fox. Und Sams Fox. Bumm, bumm, blipp, blipp, Alter. Oh! Oh, das hat nicht gekillt. Das war eine richtige Schelle. Das war eine richtige Schelle. Das ist so unfair, dass die Abwehr nicht gekillt hat, Alter. Ja, aber Fox ist auch atzig schwer, muss man sagen. Atzig schwer. Atzig schwer. Atzig schwer. Tja. Tja. Und ja, das war's dann mit Lemuren-König-Stocks. Aber Geldjunge hatte noch einen Über für ihn. Und das ist ausgeglichen. Einfach mal machen. Das passiert. Und mein... Oh, Stamps! Wieder Estes! Viel wieder hin! Diesmal über die goldenen Bommeln von seinen Schnabelschuhen. Aber Ify noch am Start hier. Das kann noch was werden. Und Ify wird hier von... Oh mein Gott! Das Geldjunge mit dem Estes! Kann Lemuren-König! Oh! Und der kann! Und der kann! Hatze! Hatze! Wow! Merk die Scheiße! Ja, in der Tat! Ob es wieder Zusammenfassung des Matches ist, ist mal komisch. Was? Ist Best of Three doch, oder? Ja, Bands! Ja, da wird hier auch gebannt! Da wird hier auch gebannt, Atze! So ist ja nicht! Das ist das Falsch, ey! Keine Ahnung! Oh, ich glaube OB riggt das Bracket gerade. Hand! Unfassbar! Definitiv! So, Game 2 Battlefield. Das ist die Lieblings-Stage von beiden Team 1G-Doppelrunde. Und war's das? Nein! Nicht getraut! Ist doch meine Lieblings-Stage, Alter! Ja! Battlefield, Digga! Battlefield all day, Alter! Ich finde die so ätzend! Aber dein Charakter hat auch einen Double-Jump! Ja, das ist schon... Ich finde diese Top-Plattform ist zu hoch! Ja, okay! Aber... Oh! Es ist schon hammerhart, dass im Prinzip... Ja, gegen Falco ist das halt ätzend manchmal! Ja! Oder Falcon auch! Ja, teilweise! Vom Ding her finde ich, dass die... Dass die Roten Foxes das so 1 gegen 1 mäßig schon sehr viel solider machen als das blaue Team! Ja! Aber das blaue Team schwingt da irgendwie immer so heftige Traits durch, dass es die ganze Zeit eben ist! Ja, okay! Weißt du? Sobald irgendwas ein bisschen durcheinander ist auf der Stage, die hätten echt auf Dings gehen sollen, Alter! Auf Yoshi! Auf Yoshi! Ist einfach für mehr Chaos, Digga! Wenn da irgendwas durcheinander... Ich schwöre, die hätten 6 noch gewinnen können auf Yoshi! Weil die einfach... Die so von diesem Chaos so gut profitieren! Ja! Zack! Und jetzt hat Ify mal schön mit einem sauberen Edge gehabt gegen Geldjunge! Aber Geldjunge wieder zurück! Uuuuuh! Und keine Chance für Sean Wayne da gerettet zu werden! Schein Todes, Alter! Hammerkrass! Ist der da einfach durchgefahren durch die Nummer! Oh! 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 Ich mag das! Oh! Absolut! Der, Alter! Der Hammer! Oh ja! Der Geldjunge zuzugucken macht so'n Spaß, ne? Der hat manchmal so gute Ideen! Äh, ey! Zerf gegen Torell Fiat! Achso! Ist drüben kein Teil? Oh! Ist das der Stock von Geldjunge? Nein! Keiner kümmert sich um ihn! Den Muchenkönig konnten die beiden so gut ablenken, dass sich keiner um ihn kümmern wollte! Und zack! Aber das muss es sein! Wenn die ihn jetzt zurückkommen lassen! Oh! Keine Chance! Okay! Da ist er weg! Letzter Stock von Geldjunge hier! Oh! Der Muchenkönig konnte auch... Oh! Sam nicht schnell genug reagiert! Da war... Geldjunge schon wieder zurück! Oh! 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 The Awareness! Oh! Aber dafür hat er seinen Stock einbüßen müssen! Definitiv! Aber... Aber 3 Stocks bei Iffynoch das wird ein hartes Comeback für rotes Team! Wenn die wollen! Oh! Das ist der Erste! Aber es ist halt immer noch ein Stocklied! Oh! Das hätte ein Tipper sein können! Aber Sam sich ein bisschen verschätzt! Ich hab auch die Tipper gesehen! ich hätte es genauso gemacht. Das war der letzte Stock von Geld, Junge. Lemurenkönig jetzt wieder auf sich allein gestellt, genau wie in dem Match eben. In der Tat. Hammer! Oh, ja, mach nochmal, komm! Der Kunde Atze! Üb, Digga! Atze! Ufe! Ufe! Ja, und dann lässt er ihn zurückkommen. Guck dir das an, Lemurenkönig immer noch dabei. Oh! Oh! Abgewischt! Oh, Bauer steht der! Diese Teamkombos. Oh! Oh mein Gott, ich schwöre, wenn Lemurenkönig das noch holen, weil die beiden so enduselig sind gerade. Digga! Und das war's! 1-1! Team Schwiffy, wie eben, auf Comeback-Kurs. Der Charakter hat halt keinen faken Punch-Dinner versauen können. Das stimmt. Okay, Mann. Es ist alles offen. Jetzt hat Team Schwiffy schon die Lieblings-Stage von den Gegnern gecounterpickt und trotzdem steht's 1-1. Und sie gehen auf FD. Auf FD. Shit just got real. Ja, aber wirklich. Es ist auch Fox-Only-No-Items. Ja, und ein Mav. Ja, Mav. Oh, 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 das könnte sein für Lemurenkönig? Ne, keiner zum Edgegarden da. Es waren halt alle an der Edge, Digga, dabei. Baumwoller? Kannst du mal gucken, ob King und ich... Oh! Und Team Schwiffy mit dem Doppelstock. Kannst du gucken, ob King und Baumwoller da hinspielen? King und Achwes. Schön die Edge freigehalten von Sam. Sehr, sehr gut gemacht. Aber... Rotes Team ist nah. Der Wehr hoch, erstmal. Uh, und noch ne Bär! Oh! Sam mit der... Ja, Sam immer noch safe da auf der Stage gewesen, aber er wurde auch dann direkt gepunischt dafür, dass er diese Option nehmen muss. Sehr ärgerlich für ihn. Da ist der Vorteil fast schon wieder reingeholt. Guck mal, und jetzt ist das Rote Team nämlich mies am Punish. Ja, ja, auf jeden Fall. Und zack, Prozente fast wieder ausgeglichen. Da sagt, ich wollte es erscheinen einfach beide Fox. Oh, ah! Big Brain Ify Fox, leider. Ja, und das war's aber für Geld, Junge. Da kommt er nicht zurück. Keine Chance. Und das war's auch für Limonkönig, immer noch. Full Stock. Es wurde ein bisschen aufgeholt, aber... Okay, Ify hätte da jetzt nicht sterben müssen. In der Tat nicht. Hab' ich auch gedacht. I'm a simple man. Ich bin ein simpler Mann. Ich sehe Fuchs. Ich mache F-Fash. Ich flicke Stick. Ich flicke Stick. Ich flicke Stick. Hammer, ja. Ich sticke Flick, Alter. Der Osten rollt 2-0. Digga, das ist mein Gameplay gegen Fox. Osten rollt gegen O-Banana. Und ihr spielt... Greif seiner Teppichkotzen gegen Lorem Elstum. Das ist wichtiger. Digga, ein Greifsbald kotzt auch jeder, ne? Es ist unfasslich. Alle Teams kotzen. Alle Teams kotzen. Kannst du den Tisch mal entwackeln wie den Digger und... Ich entwackel wie den Digger und... Ich entwackel wie den Digger und... Und damn, ein Open End, was... Digga, wenn Ify gescheint hätte, wäre das gestört gewesen gerade. Aber er macht lieber Abi, weil er lieber safe sein wäre. Okay. Es ist... Also, es ist jetzt schon Fullstock Lead Minimum, so, ne? Das ist jetzt schon echt brutal. Das rote Team, was hier als eindeutiger Favorit reingegangen ist. Ja, definitiv. Ich glaube, die sind zweiter Sieb, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, erster Sieb sind Ofis und... Mit wem teamst du? Der ist auch... Mit wem teamst du? Mit Rifka, ja. Das muss der erste Sieb sein, ja. Vierter Sieb. Wat? Ihr habt auch Prioritäten. Was ist? Konzi ist völlig banale. Wer ist denn... Die sind vierter Sieb? Ofis und Rifka? Ja. Das könnte es sein. Wer ist denn erster? Der Oberland, der Ostenroll. Wann kam denn hier... Wann kam denn hier eigentlich dieses Comeback zustande, während wir über Seeding diskutiert haben? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben ja nicht zugesucht, Alter. Okay, aber das war's für Geld, Junge Limonenkönig. Wie in jedem Match, diese Sets auf sich allein gestellt. Digga, und wenn er das jetzt holt... Aber es geht! Sam ist weg! Sam ist nicht weg, okay, alles klar. Aber er kann beide... Er kann beide mit einer Up-Smash-Finition lassen. Oder? Die sind weg, er wirklich reicht. Er muss ihn edgegarten, er muss ihn edgegarten. Und der edgegarten die nicht! Und jetzt ist Ify aber wirklich weg, oder? Nein, der ist immer noch da! Und die Up-Smash! Sauerspot! Digga, wie gestört! Oh mein Gott! Das war... Besser, Alter! Oh Gott! Das Comeback für Shwiffy erneut! Was eigentlich... 2 Runden hintereinander! Set, Alter! Was ein gestörtes erstes Set und... Nee, das zweite Set! Zweites Set! Beides Mal Team Shwiffy mit dem Comeback. So was hab ich... Damn, Alter! So was hab ich das letzte Mal gesehen. Boah! Was war Great Final? Guck mal! Jan-Bubi Lestrich! In diesem Scheiß-Stremen sitzt! Wir sind gesponsort von Sternburg, also... Big Cam! So, wen haben wir? Wir haben... Wieder Team Shwiffy? Nee! Wie ist der Team Name von Ofis und Rivka? Habt ihr den Team Namen? Ja, die heißen echt nur Zerf, Digga! Ja, die heißen echt nur Zerf, Digga! Ich schreib mal... Ich schreib mal einfach in Klammern ohne Tapsie! Bitte? Oh! Boah! Boah! So! Und was habt ihr für'n Teamnamen, Michel? Die Torell! Die Torell! Torell? Digga! Ich buchstabiert ja! Ich hätt's holen müssen, Digga! Hättest du wirklich? Ja! T-O-R-Dopp-E-E! Ich bin nicht verreckt! Du hast schon richtig, Digga! Ich hab's so gemacht, wie man spricht einfach! Ja, Digga! Du bist halt ein Genie! Ich kann nicht anders! Ich kann nur, wie man spricht! Dennis schreibt alles so, wie man spricht! Dennis! Ich schreib auch immer Lemuren-König, obwohl du Lemuren-King heisst! Aber ich krieg's nicht raus! Das ist automatisch! Ich sag immer Lemuren-König! Was ist das auch für'n Scheiß! Das ist mein 18. Geburtstag bei Domentech! Ich glaube, nach dem Vorschlag von Kevin, beim ersten Turnier! Ich bin, äh, äh... Ich bin nicht einfach... Damn! Das ist ein zickes Hemd! Oh, bleh! Danke! Danke! Atze! Die Sonne kommt raus! Er hat 10 Grad! Er hat 10 Grad! Er hat 10 Grad! Atze, ich zieh hier noch mal kurz! Hahaha! Hey! Streamen, falls ihr wissen wollt, wovon Jan-Boo redet! Es ist das! Ja, Digga! Gönnt euch, Alter! Gönnt euch! Gönnt euch diese Schönheit! Hahaha! Die Schönheit von Dennis! Ja! Ey, gestern, gestern in dieser Brauerei, das war so heftig! Wir kamen da rein! Und ich kannte da halt, wie gesagt, niemand! Da hat eine Freundin mich reingebracht! Eine Freundin von einer Freundin, deren Ex-Freund! Ja! Der Freund war da mal Mitarbeiter! So war das, ne? Über fünf Ecken! Ist halt okay! Und ich komm da rein und da sind, da kommen zwei Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und meine so... Sag mal, kennen wir dich? Du bist doch Schauspieler oder so, ne? Ich so, ne! Klar, du bist doch Theaterschauspieler! Ich hab dich doch neulich gesehen! Ich hab das letzte Mal 2010 als Abi-Prüfung Theater geschauspielert und so, ne? Ne! Hey! Oh, krass! Ich dachte, du bist dieser eine Schauspieler, weil du auch so Hammer hübsst! Hey Dennis! OILE! Was geht ab mit euch, Freunde? Ja, Digi! Ja, Hammer, ne? Ist halt true, Digga! Hab ich einen geilen Abend gehabt, Alter! Unglaublich! So! Alle haben rumgeframt! Ich würde einfach mitspielen, bis dahin hätten alle rumgeframt heute! Wahrscheinlich, ne? Aber ich darf nicht mitspielen! Naja, aber es wäre viel zu witzig gewesen, dass ich den ganzen Abend einfach mitgespielt hätte und gesagt hätte, ich bin Schauspieler! Achso, ich dachte, du meinst hier jetzt? Nein, nein! Ja, das wäre heftig! Aber ich wüsste ja nicht mal, wie ich gehiesen hätte! Weißt du, ich weiß ja nicht, welche Schauspieler die meinen! Ja, Digga! Seid noch mal kurz! Seid noch mal kurz, wie ich heiße! Hab ich vergessen! Wenn jemand einen Namen sagt, auf den niemand reagiert, musst du noch mehr! Frank? Ja! Kennen wir uns! Nein, du drehst dich einfach bei jedem... Egal was... Bei jedem Namen drehst du dich einfach um! Ja, ich habe jetzt den Vornamen! Problem damit? Oh mein Gott! Übrigens, ist das hier Gottkomplex von Rivka? Dass er sich hier den Ronaldo-Tag gibt? Ist das... Ich glaube, das ist die Antwort auf den FC-Union-Tag, aber ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Das FC-Union, oder was? Ja! Keine Ahnung! Höllisch! Ey! Es wurde Jap gesagt! Das ist richtig! Okay, dann... Dann Rivka einfach absolut... Besser Low-Key-Me-Blo und so! Was haben FC-Union und CR7 gemeinsam? Ich weiß es nicht genau. Sie kicken Balls! Schon. Aber FC-Union ist ein bisschen weiger. Ey, FC-Union hat eine sehr lange Zeit kein Spiel verloren diese Saison. Ich hoffe, das ist nicht ganz verfolgt. Kein Spiel verloren! Sehr lange Zeit habe ich mich korrigiert. Aus dem Spiel, Alter, was ist mit dir? Schiff ist nicht konzentriert. Damn, Digga. Weißt du, jetzt kommt der Fußball-Talk raus. Weißt du, was der Witz ist? Die führen! Und konzentriert sich jetzt. Digga, wer führt, Digga? Ja, ja, Schiff und Koba führen gegen, äh... Ich sage Nummer 1-Ziele. Die kommen ja nicht ins Losers, sehe ich schon. Echt? Ja, von mir aus. Sehe ich schon. Mitgebummst. Ja, die kommen ja nicht ins Losers, da müsst ihr erst mal... Genau, ja. Ne, wir sehen uns in Grand-Files. Vielleicht die Ansage, Digga, die kommen nicht ins Losers, Alter. Oh, CR7! Digga, CR7 klingt wie so'n Roboter-Name, Alter. Vielleicht war das genau die Intention. Hm. Ja, wahrscheinlich so. Ja, wahrscheinlich so. Das wahrscheinlich dann... Digga, das ist halt einfach CDU-Chic von 286, so. Cristiano Robo-Naldo. Robo-Naldo, Alter. Cristiano Robo-Naldo. Danke, dass du denselben witz in Schlechter noch Minecraft. Callout! Ja... Und der rote... Oh! Ophes mit... Ophes mit seinem eigenen Gott-Komplex! Ja, tief in die tief ein. Vor allen Dingen, es wär richtig... Ophes mit 100 Euro-Komplex! Ophes wollte halt anscheinend das One-on-One gegen... Ja, ja, ganz absichtlich. O-Suite Melee-Stream. Schreibt Artur. Oh mein Gott! Arthur, komm rum! Sieht mir schon eigentlich zu, kann man das... Hör, Arthur wohnt wohl schon nicht da! Ja, deswegen... Ich muss nach da zeigen, und ich wette, er kann es sehen! Ja, das ist halt wirklich so... Arthur, ich sehe dich! Pure List? Ja, das sind halt schon irgendwie so 30 Leute oder so. Hatze! Hammer viele sind das. Ah, Digga, das sind 30! Okay, nimm mal kurz die Finger weg! Ich muss hier was machen! Ja, Digga, ist ja okay! Hm... Ganz ehrlich, ey, ich muss mit deinem... Also, das muss ich mir wirklich nicht antun, hier die Scheiße! Zerf ohne Tapsie! Scheiße! Richtig, richtig unprofessional, Alter! Digga, wo ist eigentlich lieber denn der Stream? Ey, Momentchen mal! Ich finde, wir machen das hier sehr, sehr gut! Easy! Du sie! Du sie, komm du doch mal rüber! Ja, Digga, du sein, kauf dir endlich Geld und komm her! Was, mit dem Bio-Companie hier direkt um die Ecke? Joel Triaden! Was? Hammer! Ja! Ich glaube! Ich hab vorhin irgend so eine Scandle gesehen, da... Okay, und das könntet ihr erst... Ne, auf gar keinen Fall! Da wird nicht geedgeguarded, da wird gar nichts gemacht hier! Sind Doubles auch immer ein bisschen schwieriger zu edgeguarden, wenn du gegen Sheik so einen Standard-Edgeguard machen musst? Ja! Oh, aber da war es jetzt nicht mal unbedingt notwendig! Nein, Sheik-Recovery reicht ja nicht ganz soweit! Ja, aber das mit dem edgeguard, also Sheik musste halt so ein, ne, das ist alles so ein richtig krass lang andauerndes formulaic edgeguard so! Definitiv! Oh! Quoba! Aber da opfert er sein eigenes Leben, um das Leben seines Teammates zu nehmen! Das ist ja unglaublich! Und einfach von links nach rechts über die Stage rüber! Ja.. Ja, das ist... Ja, ja, it's Jenny on the commentary! Who are you? The Red Men are back! Sounds like a ridiculous name! Sounds great, though! Klingt wie eine Verschuldungstheorie! Voll! Auf jeden! Ich bin wirklich faul, aber auch arm. Ja, das passiert. Du sagst, bist du nicht mit deinem Studium fertig? Solltest du nicht fucking reich sein oder so? Nee, er arbeitet noch nicht. Er geht in zwei Wochen oder in einer Woche oder so? Nee, nächste Woche dann wahrscheinlich schon. Nächste Woche fängt es an bei dir, dass du richtig fest anstellst und die ganze Scheiße Milliarden, Milliarden, so viel wie es nur geht verdienst. Egal eine Milliarde pro Woche, Alter. Hammerkrass, ne? So ein Masterstudium, das macht sowas her. Digga, muss man sich halt gönnen. Okay, also denkst du auch, dass Green Team es jetzt langsam aber sicher im Sack hat? Und das rote Team nicht mehr hinterherkommt? Ich will ja gar nicht wissen, was die im Sack haben. Oh, wow, Ofis, nur am Trollen. Digga. Aber krieg den Kill nicht! Shift macht seinen Weg zurück auf die Stage, aber konnte dafür Koba nicht helfen. Koba wurde einfach geashkertet von Rivka, wie wir vorhin gesagt haben. Koba mit dem Teamkill, aber irgendwie... Oh, Doppelkill! Also, Doppelkill nehmen wir auch, wenn ein Teamkill dabei war. Ja, ich weiß nicht so recht, ob die sich das erlauben können, wenn sie hinten liegen haben. Das ist ja nur ein Stock... Oh mein Gott, Koba! Das ist... Oh mein Gott! Einfach mal Jigdypuff weggehuhren! Weggehuhren? Ja, Digga, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte weggehauen sagen, aber irgendwie kann man... Aber irgendwie hast du immer... Du hast Bitches von meiner Meinung. Digga, das geht nicht anders. Weggehuhren! Es waren zu viele Sachen in meinem Kopf. Aber guck mal, das rote Team macht hier langsam aber sicher... Holen die sich das wieder zurück? Oh, und dann macht Chips noch was! Aber er lebt, er lebt, er lebt! Oh mein Gott! Was? Nix, ey! Oh oh! Ofis mit dem Rollout! Rollout, Trollout! Gestört! Hammer! Und das war Rivka's Stock, Edgegarden von seinen Team-Mate! Auf jeden! Das Ding mit Ofis ist aber... Er ist zwar so gut wie tot, aber... Wie soll er zurückkommen? Wie soll er zurückkommen? Oh nein! Es ist kein Spox! Es ist kein Spox! Ich spiel den falschen Charakter, tut mir leid! Damn! Tja, und wie soll er das jetzt machen? Er ist jetzt gegen... gegen Sheik? Ja, Digga! Er smashed gegen... Ja! Oh! Oh mein Gott, wenn Chips... Aber das kann ich jetzt nicht holen! Rivka zu! Safe! 2-0! Dösebro! Gut! Gspuit! Ja, arzig, ey! Da haben sich aber nochmal... Torell-Triaden haben sich nochmal ganz schön... Fängt am Dienstag anzuarbeiten! O Fr, wird das! Dösebrochen... Bâyer relativ... Fast zumindest, zum nächsten Mal! Und danach Du, mit dir, was Exec皆 nur wenn du einfach nur focusst hat... Aber wenn du genau denn Chebe immer da bist, die Gekbench nicht nicht sch garantiert so... Kerle, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Sean Wayne mit dem größten Abdel Battle hier, aber er gibt mich auf. Mit dem größten Abdel Battle? Tja, schön gewartet einfach vom Banane. Tja. Dann muss ich spielen, meine Freunde. Bis später. Und das war's für beide wahrscheinlich. Jan-Bow und Basso. Und gegen wen musst du, Jan? Ich muss gegen Luke A spielen. Luke A? Ich spiel Pummelow, das ist ein Australier. Ich fick ihn. Ist nicht gut. Aber du ja auch nicht, also... Aber ich hab mal Pummelow gespielt. Ja, voll. Du weißt ja wenigstens, was auf dich zukommt. Ich werde ihn einfach lasern. Zieh durch. Ich wünsch dir alles erdenkliche Glück. Das ist nett von dir, danke. Das bedeutet mir viel. Also wenn's hier einer der Nicht-Berliner gewinnt, dann du. Los geht's. So geht's nämlich hier ab. Und ich, der gute alte Dennis, bin wieder zurück für euch mit Game Two. Team Schwiffy gegen Team O-Banana. Ah, Banane kann das Edge Guard da nicht beenden. Das ist sowas... Ich versteh auch nicht genau, wie das funktioniert. Man sieht das dann bei Acts auch immer funktionieren und denkt sich dann, das muss ja klappen, wenn der das immer macht. Es ist halt arschschwer, diese Quick Attack Edge Guards zu machen. Atze, was geschieht. Und das war der Stock. Nicht! Dann stößt er sich den Kopf. Der arme O-B. Zweiter Stock weg. Und jetzt Team Schwiffy, wie gewohnt, ab dem zweiten Match etwas aufgetaut hat. Oh, wow. Sie hätten da Sam schon auch noch mal killen können, aber ein bisschen die Butterfinger. Nee, das wird nicht aufhören. Ich hab Heuschnupfen. Das wird einfach immer so weitergehen. Ah, und da hat er den Rejump gemacht anstatt gleich die Abbie's. Sehr, sehr schade. So konnte er Sam nicht retten. Und hat sich in eine prekäre Lage gebracht, aber kam auch wieder relativ unbeschadet da raus. Eher glücklich und glimpflich als gekonnt in der Rettung seines Teammates. Ja, das war der Stock von O-B. Oh, scheiße, ey. Oh! Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber Sean Wayne ist der mit dem Iffi-Tag, nämlich der Mann. Vielleicht verwirrt das jemand. Das ist viel rumgeplänkelt. Es ist viel Stray-Hits. Wir haben kein großes Punish-Game hier von beiden Seiten. Aber man kann sich ein bisschen... Man kann sich ein bisschen was von dem... Ja. Man kann sich ein bisschen was von dem Positioning angucken. Also, was wollen zum Beispiel Fox und Marv? Oh, da ist Pikachu alleine. Ja, da ist schon ein sehr viel deutlicheres Game als das erste noch. Wie gesagt, Team Schwiffy wacht ab dem zweiten Game dann doch viel schneller auf. Oder viel eher auf als im ersten noch. Weil im ersten Mann wurden die abgerippt. Und jetzt die Frage halt, was wollen Fox und Marv als Team? Gegen so ein Team wie Yoshi und Pikachu? Ich weiß ja nicht, wie viel... Na gut, die haben schon Erfahrung, vor allem gegen Yoshi. Weil O.W. auch bei jedem Weekly ist. So ein Gefühl. Aber gegen Pikachu? Ja. Ich vermute, Marv will wie immer grounded. Will wie immer wahrscheinlich den Boden, also das Ground-Level von der Stage haben. Und der Fox ja eigentlich als Support immer dann gut dafür, irgendwas abzufangen, was der Marv aufgreift. So dass man dann die eben ein bisschen hin und her... Ein bisschen Damage... Ein bisschen Damage hin tun kann. Ein paar Hitboxen raushauen kann. Ey, Atze! Genau da! Atze! Es gibt doch keine Commentary-Kamera! Es gibt nur Commentary-Kamera! Oh, Atze, mach die an! Komm, Cam! Komm, Cam! Tigger, was geht ab? Team Jasmin! Den hab ich gerade gehauen. Tut mir leid. Ja, Digga. Geht los gleich. Steht 1-1. Haben wir Bock alle? Ey, wir haben Hammer-Bock. Steht 1-1. Wir haben Hammer-Bock, du alle, was? Wir haben Hammer-Bock. 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 Ne, Steht 1-1. Zweites Game-Hub. Da haben Itzy und Sean Wayne komplett ausgerastet. Das ist geil. Das ist geil. Geht das los hier? Oh shit, das geht los. Ja. Das ist sehr gut alles. Aber die Sonne wird es ein bisschen umpacken. Es ist ein bisschen dunkel hier. Jetzt sollten wir mal das Licht anmachen. Also ich find geht voll klar, weil ich auch ein bisschen... ein bisschen lichtempfindlich bin gerade. Das ist okay. Ein bisschen zu viel gesorgt hier. Deswegen der ISO-Sport. Das ist der Heuschnupf. Den ISO-Sport trinke ich jeden Tag ein. Digga, das ist äh... Ist da Alkohol drin? Klingt ungesund. Nein. Nein, überhaupt nicht. Hä, das ist nix. Das ist einfach nur... Zucker. Kaum. Das ist halt 19 Gramm in der ganzen Flasche. Das ist weniger als Marthe. Mehr als die Hälfte von deinem Tagesbedarf. Apfelsaft ist schrecklich. 22 Gramm ist glaube ich... Ja, ja. Aber das ist halt weniger als jedes andere Getränk. Was ist denn in deinem Apfelsaft drin? Mehr. Ja, auf jeden Fall mehr. Apfelsaft ist schrecklich. Deswegen... Kinder trinkt Wasser oder Bier. Ja, okay. 9,6 auf 100. Das ist auch kein Apfelsaft. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Nein, aber wie gesagt... Das ist schon mit das Beste, was du so trinken kannst, was nicht Wasser ist. Okay, aber das ist halt auch so ne Sache, die Phil sagen würde. Was? Das klingt so richtig wie Phil so. Das ist ne Sache, die man trinken kann, die kein Wasser ist. Ja, aber ich mein, wenn du das vergleichst... Hier sind 7 auf 100. Das ist ziemlich viel. Das ist schon sehr viel mehr. Marta ist halt richtig scheißer. Ja, aber Marta ist halt immer noch viel, viel besser als alles an Cola, Sprite und Fanta, was es gibt. Ja, auf jeden Fall. Du kannst nichts trinken, was nicht wie Wasser schmeckt. Ohne dich mit Zucker voll zu gucken. Tee. Ja. Und jetzt sag mir mal, wo es Tee gibt. Japan. Echt? Und wie komme ich von hier am schnellsten nach Japan, um mir einen Tee zu holen? Tee mit Flaschen. Ja, ja. Geil. Ja, und wenn du sowas hier holen willst, dann hältst du so ein Fuse-Team mit 40 Gramm Zucker drin, weißt du? Es gibt aber auch welche ohne Zucker hier. Wo? Ähm, ich weiß gar nicht mehr wie die heißen, aber es gibt sie. Schmecken auch nicht gut, aber... In Japan, aus den Dreck-Automaten kriegst du auch Schnee zum Trinken. Digga, was hast du halt abgefahrenes Land? Götterspeise zum Trinken. Äh. Ich finde Götterspeise zum Essen schon eklig. Götterspeise ist schon was ganz geiles. Oh! Ohohoho! Hey Jungs, sind ausgegangen. 2-0. 2-1. Ihr spielt gegen den Osten Rollen. Wer Osten Rollen? Irony und... 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Ja, was ist eigentlich über Technik im Chat los? Was ist das denn für ein Dildo? Wer ist denn Technik? The-real SNB ich dachte. Das ist Technik? Ja, das ist Technik. Das musste ich nicht. Jetzt macht das auf einmal alles Sinn, oder? Hey, ich frag mich die ganze Zeit, warum er so ein Dildo ist. DicknCamera noch whoei geht die ganze Zeit. grocery geht.. Er sagt so voll edgy Sachen die ganze Zeit. Ja, das ich halt auch. Ach Nick, ey, reich langsam... Ja, komm klar, Atze. Fang, d行. Ja, aber also Bananen ist schon eligible für's Dings... Für's... Was? Weil er sagt hier, der war schon mal Top 15 in Berlin 2016. Er ist auch jetzt in Berlin Top 15 oder so. Ja, aber ist das denn dann zu gut fürs Arcadian eigentlich? Theoretisch wäre das Arcadian da, dass du alle rausschmeißt, die mal gerankt waren. Ja okay, aber das kannst du ja in dem Fall alles machen. Das macht in Berlin halt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Dann machen 10 Leute mit. Mhm. Und ich finde das einfach nach Skill abzuwägen, viel viel besser. Finde ich auch völlig in Ordnung. Abgefahren geiles Turnier das ist, Leute. Hammerdoll. Hammernice. Hammerdoll. Achso, wir können ja mal gucken, ob Banane gerade theoretisch im Chat ist. Ob er Top 15 in Berlin wäre. Da können wir mal drauf gucken hier. Ich habe es gestern aktualisiert nach dem Turnier gleich. Oder am Donnerstag gleich nach dem Turnier. Und wir sehen, Banane ist Platz 12 sogar. Aber ich meine, Ziel ist ja auch 11 da und Benno ist, wo ist Benno? Ja, weil Hans sich da wieder zwischengeschlichen hat. Ja, ja. Mit einmal spielen. Mit einmal Game & Watch spielen. Aber mit einem Mal Zenu besiegen halt auch. Ja, ja. Muss man dazu sagen. Na gut. Was geht denn hier ab? Ja. Es geht 2-1 Stills für Swiffy? Ja. Das ist ein Favorit für das Team, um hier zu gewinnen, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, Swiffy halt. Geiles Team. Also, ich habe es jetzt erst gesehen sogar. Ich finde es halt völlig absurd, weil die machen auch nichts richtig beeindruckendes. Das ist eigentlich voll scheiße. Na, es ist halt überhaupt... Also, die töten sich. Also, Epi töten Sam relativ oft und die safen sich eigentlich sehr schlecht. Ja, die safen sich doch schon ganz gut. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben 3 Sets gesehen. Überhaupt nicht. Also, vielleicht... Ich habe halt auch nur 1 Set gesehen und da war es ganz gut. Aber, das Ding, was die richtig machen, ist glaube ich, dass die Sam so viel wie möglich unten lassen. Ja. Und Epi den Rest der Stage sozusagen abdecken will. Ja. Dann kommen sie sich nicht in die Quere. Dann kommen sie sich nicht in die Quere, genau. Und das Problem, was sie dann haben und das passiert aber... Also, ich habe es einmal passieren sehen. Oder zweimal, glaube ich, heute. Oh, das ist das Ding. Wow. Ich glaube, es ist heute zweimal passiert, dass Epi Sam einfach geup-slashed hat. Einfach so. Ja, geil. Aber ich niedrig ja auch nur wieder beim Teamspiel. Das war krass von Sam. Das war hammerkrass von Epi. Von Michael, ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, das war schwach. Und deswegen, Bananen-Marmelade, ist mein Pikachu besser. Üff. Üff, Atze. Üff, Atze. Da muss sich jemand die Bots aber mal ganz deutlich angucken. Pikachu ist halt sick, ne? Dr. Kongo. Das weiß ich nicht. Dr. Kongo, oder? Ey. D-R Kongo. Demokratische Republik Kongo. Ganz genau. Dr. Kongo, wo kommen wir da hin? Wenn jetzt hier jeder das Staatsexamen bekommt. Hallo, ganz ehrlich. Hast du gehört? Wie ist das in der Raum? Das hat Hagen Reeter mal gesagt. Ähm. Oh. Als Kommentar darauf, dass wir uns wundern, dass die Leute aus der dritten Welt jetzt kommen und sich alles zurückholen, was wir denen seit 600 Jahren weggenommen haben. dann sagt er, ja, oh jetzt geht uns der Arsch auf Grundeis. Und jetzt können die Kongolesen im Kongolesen. Ha, 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 ha. Das fand ich so mega gut, ey. Was ist los? Oh. Oh. Oh, Obelib. Super Ei. Super. Nein, kein Super Ei. Aber. Ungefähr ein Stocklied. Ja. Und es hat überlebt auch. Und sie kriegen diese Traits. Sie fangen immer diese Unsicherheiten und diese, keine Ahnung, nicht präzisen Versuche von Edgeguards ab. Oh mein Gott, was ein Shieldbreak of Sam. Die sind richtig gut darin, wenn der Gegner nicht präzise genug ist, dann so ein Trade oder halt einen Stray-Hit reinzukriegen. Darin ist rotes Team richtig gut. In so schlechte Spacing Punishing. Ja. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wie sie das schlechte Spacing Punishing sind. Und wie sie, was für Atzen sie sind. Und was für Atzen sie sind. Natürlich. Keine Frage. Oh. Dann siehst du das. Das war halt einfach eine Atzen-App-Smash. Das war Atzig. Rufus hat sogar seine Schuss rausgeholt für den Satz. Oh, schön. Fake-Out, ob er abtilt. Michael tut sich ein bisschen schwer damit, OBs zu töten gerade. Auf jeden Fall, ja. Das war original schon eine Minute oder so. Oh, immer noch nicht. Jetzt ist er los. Ja, jetzt kein Jump. Kein Jump. Und jetzt ist der letzte Stock. Team Shufi, ich glaube. Für Banano Marmolano. Ich glaube, das war es dann wohl für Team Shufi im Winners. Das hätte ein F-Sash sein können. Es ist immer noch Winners. Es ist das Winners-Semi. Ja, ja. Ich raste aus. Crazy, ne? Hammer. Das andere Winners-Semi fand ich hochkarätiger, muss ich sagen. Findest du? Weil hier Geldjungen und Dings gefehlt hat, ne? Aber Team Shufi sind halt auch sick. Ja, ja. Aber ich finde es beeindruckend. Also, Winners-Final ist Shufi gegen Team Zerf ohne Tavsi. Das stimmt. Das ist Winners-Final dann, wenn das hier so ausgeht, wie das aussieht. Seven ist vorbei. Oh, es ist nicht vorbei. Oh, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Ne. Sehr, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist Feierabend. Und Team Shufi, wie immer. Wie immer hier auf dem Stream das erste verloren und dann komplett aufgeräumt. Und jetzt Team Shufi gegen Zerf ohne Tavsi. Top, wie ist das ausgegangen? Das Winners-Final Berlin bleibt hart. Hä, 3-1? Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht. Haki, was ist das für das? Wo sind die Reißfahrer? Wieso sind die Reißfahrer? Wieso sind die Reißfahrer? Ja, aber ihr habt ja richtig auf den Sack. Welche Ziel ist das? Ja. Gegen den vierten Sieht wohlgebergt. Ja, aber das zieht die aber auch nicht so. Ich hab mir noch nicht mehr auf den Sack. Ey, glaub ich, wie ist das ausgegangen? Ne, das war auch, also für mich sind die beiden safe erster Ziel. So auf jeden, das hab ich auch gleich gesagt. Das Spülenkonsten kann direkt weiterspülen. Ne, kann nicht doch gegen O-Banana. Kann direkt weiterspülen. Spülenkonsten gegen O-Banana. O-Banana? O-Banana. 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 Wir können jetzt, äh, nach was auch gleich spielen. Zerv und Tavsi. Ja. Ist das so ein Dreier-Team? Nee. Nee. Also das ist eigentlich Rivka und Ofis. Äh, Rivka und Tavsi. Aber Tavsi ist offenbar nicht dabei. Sondern Ofis stattdessen. Gegen Rivka und Tavsi haben Glückwunsch auch schon von damals. Wirklich? Team Zerv. Ich sag's dir. Äh, irgendein so ein PBM-Ries, ne? Das erste verliert ihr? Äh, ja, ja. Ihr habt auch, äh, scheinbar Papier verloren? Ja, alles. Oh mein Gott. Die Arzten müssen erwachen langsam. Es reicht nicht. Ich bin guter Dinge, dass wir noch Rantan-Banners kommen. Okay. Dann müsst ihr aber wahrscheinlich Schwiffi besiegen, denke ich mal, ne? Und die gewinnen das erste zwar nicht, aber dann... Ey, solange da kein Rommeloch rumfliegt, ist das eigentlich nicht so schön. Ja. Herr Käse, ich sage das hier gewinnt Team Zerv oder Tavsi 3-0. Das gewinnt Team Schwiffi. Das glaub ich nicht. Achse, ich sag dir das mal jetzt. Okay. Ify ist aber auch, Ify ist auch Softcounter gegen Ofis, ne? Ja. Ja. Team Schwiffi gewinnt den. Die machen Handwarmer! Hey, Konzi, willst du betten? Was willst du betten? Ja, Geld. Geld betten. Sidebets. Das halb ich mir für Singles. Ich glaube... Ich glaube nicht an das. Das waren noch neig. Z�. Zum Vogt. Ja. Am Ende. están rein. Überfl Ey, let's go! Konsti, schau, was ich... Handwarmer! Das ist ein Englisch-Trotz! Handwarmer! Und jetzt! Team Schwiffy gegen Team Zerf! Ohne Tapsi! Ich glaube, Zerf gewinnt. Ich glaube, Zerf gewinnt das 3 zu 0, kompromisslos. Ja, einfach nur wegen... Aber Konsti hat gesagt, und das muss ich auch, da muss ich ihm recht geben, Michael ist schon... Das hast du gesagt! Du hast gesagt, auf jeden! Ich hab auf jeden gesagt, aber ich hab auch gesagt, dass Team Schwiffy gewinnt, weil die ein sickes Team sind. Ah, okay. Ohoho! War das ein Ceiling-Glitch? Und äh... Team Zerf sind dann nicht mal das echte Team Zerf. Das stimmt, das echte Team Zerf... Ist das echte Team Zerf stärker? Ist die Frage. Also, es hat auf jeden Fall die Zerf Energie. Das stimmt. Und die ist, würde ich sagen, schon auf der Big Dick-Dig-Gesinn-Seite. OHHHHH! Was ist rein? Was für ein Trait! Das war Big Dick-Energy. Die Pummel-O-Stock bei 15% ziehen, ist schon hammerkrank. BDI! BDI! Bindungs-Dissoziations-Energie! Das ist der Fallskonstante. BINDISH PUM millennial Wie war es? Eh, dcription! Aber es ist halt jetzt gerade mit den Verschwendungen... Du kannst aber auf twitch.tv slash berlinsmash zum Beispiel. Ja, das war ein Kompromissloser von Sam. Und ja, okay, da sind sie sich nicht so richtig sicher gewesen, was sie machen wollen. Sieht nicht gut aus mit Jesus Herr. Überhaupt nicht, ne? Irgendwie erkenne ich ihn nicht weder. Ich auch nicht. Aber das Ding ist, sobald du Ovis einen Fox vorsetzt, ist der völlig verzweifelt. Echt? Da weißt er überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Ich hab auch schon Corona gesehen. Ja, wie sich vor einer Woche gezeigt hat. Wenn der Fox sieht... Die demokratische Rippen wie Kongo. Dazu muss man sagen, demokratische Rippen wie Kongo ist auch einer der geburtreichsten Länder. Oh ja, ich liebe das. Wir müssen jetzt immer Fun Facts reinstreuen über die DR Kongo, wenn es um DR Kongo geht. Aber warum... Also Fox und Falko nehmen sich jetzt nicht so viel um? Ja, hast du... Was stört der Falko? Fox... Ja, weil Falko... Weiß ich nicht. Ja, Abdo Abbeer macht ihn dann richtig, macht ihn voll zu schaffen. Und ich hab das jetzt noch kein Abdo Abbeer gehabt. Und ich glaube auch, er hat auch keinen Bock auf die Mese. Und Abdo Abbeer gab's schon. Echt? Ja. Ich hab nicht hingeguckt. Aber jetzt ist sie ja sehr, sehr ausgeglichen hier. Die Frage ist ja, kriegen sie Rivka jetzt weg? Oh, und Sam versaut seine einzige Chance. Das wäre der Tipper seines Lebens gewesen. Oh, der Schalzberg reicht! Er reicht aus! Und wir haben zwei Stocks zu einem 2 gegen 1. Nee, Sam überlebt das. Das ist Winners Finals. Boah, Berlin Winners Finals. Berlin bleibt Herdo. So, und beide überleben. Und guck dir das an. Obe ist völlig überfragt damit. Völlig überfragt mit der Frage, was soll ich mit diesem Fox jetzt machen? Ich hoffe, dass ich das fängt. Oh mein Gott! Ohhhh! Hier kannst du dich nicht über das Team beschweren. Another one? Oh, 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 oh! Und das ist jetzt! Und Opus macht das Comeback! Ich hasse Comeback. Weil Team Schwiffy das erste nicht gewinnen kann. Das haben sie bisher eindrucksvoll unter Beweis gestellt, in jedem Set, was sie gespielt haben. Ja, ja. Hast du Geld draufsetzen? Ja. Ich hab kein Bargeld mit dabei. Ja. Das war ein bisschen brutter. Ja. Hammerkrass. Ja. 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 Ja, ja! Microsoft fucking Office. Der Boy, der Cheek. Ich hab die Zelda auf. Ich stecke jetzt mit AIDS diese Hater an. Ich bin am Ballen. Wie ein verdammter Laker-Mann. Ja. Ja. Ähm. Fuck. Wir hatten es vorher erst. Ja. Hast du da noch irgendwas trinken in den Augen mit dem Tim Beam Getränk? Mit dem Tim Beam Getränk? Ja. Ja. Das Eis ist im Wasser wie ein Swim Team. Keine Ahnung. Oder irgendwie so. Ja. Genau. Genau. Falls du irgendetwas über das Universum wissen willst. Stell die Frage in den Raum. Einer von den beiden würde sie dir beantworten. Wie ist das? Wie ist das? Michael hier. Ja. So, ja. Was halten wir von dem Counterpick? Dort, die muss gegen Kono. Ist es okay, dass Ovis Pummelow geblieben ist? Ja, ne? Das ist für Fox. Ja, eigentlich nicht. Und halt F-Smatch von der Platform. Und da haben wir auch noch für Mafia. Für Mafia, aber das hat er auch auf Battlefield auch. Ja. Also Pummelow schaut doch gut nach oben. Ja. Das ist halt einfach Standard-Counterpick. Würde ich auch sagen, ja. Uwe ist halt immer den Chip in der Hand hält beim Counterpick Bildschirm, äh beim Charakterbildschirm wegen Dings. Ja, das ist ein bisschen irritierend, weil du kriegst ja erst eine Stage und der Gewinner darf dann sagen, ob er bleibt oder so. Und wenn der Gewinner vorher schon mit dem Cursor so beeinflusst, dass er auf deinen Stage... Oh, ist das hier ein kleiner Beschweremann? Nö, aber... Ja klar, also er switcht dann bei Yoshis. Oh, das wär's gewesen, aber nein, Sam ist ready. Und Sam schwingt ihn weg. Nach oben weggeschwungen. Ey, jetzt gegen Kuba. Kuba. Mal sehen, ob Kuba den Kampf gegen AIDS gewinnen wird. Digga, das ist ungewiss. Der Stand der Wissenschaft ist... Lässt aber auf jeden Fall hoffen, hoffen. Ustäblich 50-50, man weiß es nicht. Oh wow. Weggeschwiftet. Und sie traden F-Tills. Berlin 13, sad im Shirt, was heißt das? Äh, das ist... Das ist ein Emote. Das einzige, was wir haben, das ist der sehr traurige Rivka. Oh Gott. Berlin 13, sad. Rivka ist übrigens der, den ihr hier im Bild seht, noch sehr glücklich. Der noch sehr konzentriert war. Aber er hat auch das Zerf-Unterlüppen-Ding. Ach so. Weil wir haben dann festgestellt, dass Tough Seas Energiewellen im Gehirn ist besonders aktiv, wenn er seine Lüppel so davor drückt, wenn er den hier macht. Guck mal, er macht das auch. Iffy hat, Iffy hat gerade, äh... So Champion Zerf seine Big Brain Energie. Iffy hat gerade Ovis aus dem Schild gedoppelt scheint. Nice. Mit vielen Scheins. Jemand hat gesagt, uuuh! Ist das ein Rematch, Alter? Nein, das ist Winners Final. Ist kein Rematch. Das ist kein Rematch. Winners Final kann kein Rematch sein. Nee, ich weiß. Aber... Guck mal, die Prozente sind hoch für Team Grün. Du dachtest, ist das Haki, der da gerade spielt? Obwohl er hier sitzt. Oh, und das war's. 2-0. 2-0? Und jetzt... Und jetzt wird's aber langsam... Also das ist ne Situation, die kennt Team Schwiffy noch gar nicht. Ja, die kennt Team Schwiffy sehr gut, würd ich sagen. Team Schwiffy ist nämlich sehr, sehr gut im Ficken, wenn man... Unter allen Umständen. Team Schwiffy ist einfach sehr gut im Ficken. Ja, ich... Da muss man an der Stelle einmal mal festhalten. Die haben halt Big Dick Energy und auch... äh... Sex Energy. Wacht mal was? Ich hab's versucht. Konzi, du brauchst noch einen Sterni, glaub ich. Ich glaub, deine Hirnwellen sind noch nicht... Meine Hirnwellen sind auch nichts. Halt dir meine Tasche. Dann gib mir meine Tasche. Mach mir das auf. Ne, ich mach mir das auf. Hatte. Hatte. Ja, dafür musst du aber zahlen. Ja, kann ich auch gern machen. Dafür, dass ich hier würdig arbeite und sonst zahl ich dir gerne noch mal einen. Dennis, bist du so bütig. So, dafür muss Janbo aber zahlen. Ja, ich muss Janbo aber nicht... Janbo hat die Flatrate gekauft am Anfang des Wochenendes. Kein Problem für Janbo. Soll ich nächstes Mal anders? Mit Euro wie Flatrate? Das ist 10 Bier, dann... Dann lohnt sich das. Ich glaub, das ist klar. Das bleibt ein bisschen teuer. Okay, Arzen, was sagt ihr? Wird Team Schwiffy jetzt ein Comeback machen, weil... Also das zweite Game war sehr viel dominanter. Meine Prognose ist, sie werden dieses Match auf jeden Fall gewinnen. Danach mal sehen. Kommt auf Andi... Oh! Ah! Was? Oh mein Gott! Was geschieht an dieser Kante? Alle weg da! Alle weg da! Ich bin übrigens großer Fan von der Team-Teil. Ja, voll. Aber kann bitte jemand an dieser Kante so einen Crime-Scene-Banner aufhängen, damit da niemand mehr hingeht? Oh! Das war ein verdammter Amok-Lauf! Ja, genau. Das war irgendwie verheftig. Oh, wow! Und Ronaldo! Ja, was soll die Scheiße? Oh, Schwäffi-Effi! Weißt du, Ovis macht einen geilen Run wieder? Ich glaub, Ovis macht wieder einen geilen Run. Oh! Oh! Ovis mit den Panther-agilen Reflexen eines jungen Gottes! Digga, Ovis mit der Awareness einfach! Ovis hat auf dem Marvel Power Grid 7 von 7 Reflex. Oh! Oh! Ich hab nur viel aufgetan. Ich hab 3-1 verloren! Ich hab 4-1 verloren! Ich hab 5-1 verloren. Das heißt, du bist raus? Nee, doch nicht! Der Digga, 1-1 sicher! Ich hab nichts mehr mal verloren! Ich hab nichts mehr verloren! Ich hab nicht zu meiner anderen verloren! Wow, Ovis ist wirklich on fire, dieses Game. Schwiffy auf den letzten Stocks im Winner-Breaket potenziell. Oh, wow, Sam! Das kann nicht mal mehr Ovis durchschauen, dieser gottverdammte Mad-Man. Der ist heute hergekommen, um zu spülen. Au! Blalalalalala, und CR7 ist da! Aber es bops! Oh, 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 oh! Der ist ein verdammter Kranker! Der hat wie gestreut! Was für ein verdammter Idiot! Er wollte an die Kante... Das kann man halt, aber ich weiß mit Fox ungefähr, von welchem Punkt man da hin muss. Ich hab das mal gegrindet. Von Stage-Up-B da ran. Einfach, weil ich das witzig fand, dass man halt auch direkt Turnaround dran hängt. Okay, Winner's Final 3-0 für Team Surf ohne Top-C. Die sind auch... 3-0 für Zerb, ne? 3-0 für Zerb. Nein, sind sie nicht. Die sind erster Seed, das hab ich dir gesagt. Und genau deswegen sind sie auch im Grands. Ich weiß, Digga, ich hab doch... Ich hab auch gesagt, was Konzi sich dabei gedacht hat. Dieser Dummie. Ja, Haki und Koro, na klar. So ein Ganon-Team, ja, das wird gewinnen heute. Ich hab sogar keine Synergy aufgebaut bisher. Safe, ja. Wer ist zweiter Geldjungen und Dings? Geldjungen und Lemurenkönig, sind die zwei das Team? Ja. Auch richtig gut gerade. Ja? Vor fünf Minuten, hab ich, äh, der Außenroll gegen Faust, und was noch mal das andere Ding ist, als losgehend angekreuzt. Gerade kommen die raus und sagen, ja, wir spielen jetzt. Oh! Acht! Deswegen spielen sie jetzt noch einen Stream und können uns noch ein bisschen überwenden. Fing geil. Ich hoffe, aber ich glaube schon. Saut aus, und... Gegen wen spielen die? Faust und Schnabel, Digga. Faust und Schnabel! Digga, das macht Sinn, weil das Gennendorf und Falkow. Ja. Ist das Losers-Semi? Ne, Losers-Quarter, ne? Ist das Best-of-Five? Es ist Best-of-Five. Es ist Top-6, Atze. Wenn du hier, wenn du schon Best-of-Five gespielt hast, vor allem. Top-6, Atze. Top-6, Atze. Top-6, Atze. Da lässt du dir auch offen, dass du mal gewinnen kannst. So, oder? Du bist mindestens Top-6. Ja. Ich glaube, das ist ungefähr mein Tag in Berlin. Top-6, Atze. Also, ich bin in jedem, in jedem Turnier Top-6. Top-6, Atze. Ja. Arzt. 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 Ja, also, keine Ahnung, das ist ein bisschen doof jetzt. Ich will jetzt den ganzen Best-of-Five mit so Losers-Semi. Losers-Quarter. Oh nein. Ja. Ich hab doch gesagt, wir hätten noch warten können. Nein, er hätte nicht warten sollen. Kein. Aber nicht so. Ja, aber dann hätte mir niemand noch zufrieden gewesen. Das Problem war halt, dass die Leute, wie sie gewartet haben, Da kommt sagen, dass die ihr Set nicht angefangen haben. Da kommt der Harkisberg rein. Aber du musst, guck mal, das muss ein bisschen hoch gucken, weil das ist der Tisch im Weg. Ja, der ist schon die ganze Zeit im Weg. Ja, der ist der Tisch halt im Weg. Das muss in erster Linie ein bisschen weiter zufrieden. Digga, mach das, das muss ein bisschen nach oben gucken halt. Dennis. Ja, Atze! Ey! Kommt ihr bitte mal alle parat, hier. Ach, Hünge? Ja, klar, hier muss ruhig. Dennis, du weißt, wie das geht. Das ist die Worte auch endlich mal gut. Alle, 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 alle Leute sagen dir, wie es geht. Das machen wir's aber nicht selber. Sorry. Du musst ja dieses Ding auch nach vorne drücken. Also das, weißt du was, die Kamera musst du drehen, vorne ran, an dem Ding. Da ist so ein Scharnier. Und du weißt mal, was BNE heißt? Bindungs-Dissoziations-Energie. Bindungs-Dissoziations-Energie. Ich weiß nicht, also das ist ja auch dumm, weil dann hab ich, guck mal, wie der Frame dann ist. Was sind Feuer? Dann hab ich so, nur die Köpfe. Digga, wenn ein bisschen weniger und der Tisch ist drin. Dann schieb's dann nach vorne. Digga, wenn ich's weiter nach vorne schiebe, hab ich nicht alle im Frame. Digga, ist doch scheißegal. Ist ja wohl wichtiger, alle Spieler im Frame zu haben, als den Tisch. Weißt du was? Dann schneit die Tischkante ab. Ja, Digga, dann wird das jetzt nicht abgehen. Also, würdest du mir erzählen, dass es wichtiger ist, die Tischkante nicht drin zu haben, als alle Spieler? Ja. Ist ja auch egal. Boah, Alter. Wenn du's nach vorne schiebst, hast du weniger Spieler drin. Ey, ihr hört das alles mit, ne? Digga, Leute können sich über Sachen aufregen. Und Stivo91 folgt. Er hat die BDE. Oh, Stivo ist nicht gefolgt, er ist abonniert. Er ist abonniert. Hatze. Es gibt auch schon seit einer Minute da. Er hat die Bindungsdisziationsenergie. Er hat die Bindungsdisziationsenergie. Ja. Sick. Digga, Jan Tipper ist im Chat. Jan Tipper. Der Jan Tipper, Alter. Der alte Ihre. Seine Storys sind auch heftig, Alter. Jan Tipper, warum bist du überhaupt gar nicht hier? Was soll das? Was soll die Scheiße, Mann? Ganz ehrlich, ey. Das ist so ein Typ, der immer auf internationale Turniere kommt. Ist der nicht aus Bayern? So ein richtiger... Ne, der ist aus dem Norden. Ein richtiger Dr. Roy. Hast du eigentlich... Hamburg ist aus Bayern. Hamburg ist aus Bayern, ja, das stimmt. Es passt das gleiche an. Digga, alles außerhalb von Berlin ist aus Bayern. Digga, Stivo hat letztens gesagt, alles was außerhalb von Berliner Ring ist, ist Brandenburg. Stivo hat das gesagt. Stivo hat das gesagt. Flensburgs very own Stivo hat das gesagt. Norddeutschland. Vor allem das Ding ist, da wo der gelebt hat, war nicht mal Flensburg. Das war ein Vorort von Flensburg. Uff. Er hat in Brandenburg von Flensburg gelebt, was das Brandenburg von Hamburg ist. Digga. Nicht mal ist das Brandenburg von... Und das Ding ist halt, alles außerhalb von... Ist das Oranienburg von Kiel. So nehme ich... Also nehme ich, wie das hier aussieht. Stivo. Alles was außerhalb vom Ring von Hamburg ist, ist halt auch im Prinzip das Brandenburg von Hamburg. Was ist eigentlich das Brandenburg von Hamburg? Das ist ja wichtig zu wissen. Ne, auf der einen Seite Schleswig, auf der anderen Seite... Niedersachsen. Bavü... Niedersachsen. Bavü, Digga! Bavü! Bavü, Digga! Ne, ne, ich meinte Mekpom. Aber das ist ja... Mekpom ist noch weiter weg, ne? Das ist nicht Fleswig-Holstein. Ja, also Schleswig-Holstein... Schleswig-Holstein... Ne, im Norden... Ja. So in den Osten... So ein bisschen Mekpom... Und dann noch so Niedersachsen. In Niedersachsen. Ja, okay, das ergibt's. Das sagt jetzt Käse. Wo wohnt der noch mal überhaupt... In Lippstadt? Ne, der wohnt in Bochum jetzt. Ja, das kann sein. Das ist das Gift jetzt... Warte. Oh ja, Stimmt. Halt wegkommen, bin ich mit der Segen ist nicht so. Ja, können wir das Gift mal wegmachen? Das Abonnenten-Gift hier? Ne, ne. Julian hat sich verpisst, ja. Digga, Stivo, hör mal auf zu abonnieren. Niedersachsen. Barscheid, jetzt hast du... Du was halt... Nein, nein, nein. Dennis macht jetzt nicht auf. Wenn es... Wohen! Ich hab's weggemacht. Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Das müssen wir jetzt jedes Mal machen, wenn jemand... Habe ich gefaked im Racket? Äh, das ist mein Double M. Also, ich würde sagen... Ha, ha, ha. Jetzt haben wir das Irony einfach Hure. Das ist gleich krass. Oh, ja. Leute, ich bin gar nicht eingeschätzt nach unserem Set eben. Musste eben am Amateur-Bricket spielen. Ach ja, stimmt. Der ist ja am Amateur-Bricket gelandet. Ja, Digi. Digi. Aber die Warp-Dieses waren witzig, Alter. Gegen welchen Eisklimmer hat er verloren? Was weiß ich denn? Er hat im Pool gegen irgendeinen Eisklimmer verloren. Ich weiß nicht, wer das ist. Digi, wer spielt der Eisklimmer für? Wer? Jens, wo kommt der her? Ah, Simon. Was ist Jens für ein Abzug? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Okay. Ich glaub, Fluxmob hat was gewonnen oder verloren. Ich bin mir nicht sicher. Gegen Sheik? Gegen wen? Egal. Ah, Fluxmob. Hammergut drauf ist er. Hammergut drauf. Er hat richtig Laune gerade. Hey, Vsauce. Michael hier. Michael hier. Ne, hey, Vsauce. Kevin hier. Ja, wo kommst du denn eigentlich her, Kollege? Was denkst du? Bist du raus oder was? Nö. Müsst du gegen den Gewinner von denen? Aus Doubles schon. Ach so. Gegen wen habe ich verloren? Gegen Uri und Irony. Wir haben halt zwei FD-Games gespielt und so Hälfte war Wichse. Die andere Hälfte waren jetzt Lies bei Null. Krass, ihr war ein zweiter Seed, ne? Ne, dritter. Wer war ein zweiter? Banane. Hast du dann Banane und Dings? Ne, ich glaub Zerb, oder? Ne, Zerb war ein vierter. Wait a second. Hm, jetzt sehen wir ja gar nichts. Yeah. Äh. Das war ein langes Spiel. Wir spielen seit 23 Minuten dahinter. Ah ja, nee, das war der Osten Rollt oder Obanana war ein dritter. Der Osten Rollt. Der Osten Rollt war Zweiter. Und Erster war dann Haki und Dingens. Das ist Erster gegen Zweiter. Ja, Erster und Haki und Provo, ja. Erster und Zweiter Seed spielen gegeneinander. Ja. Ja. Im Loser's Quarter. Und jetzt gucken wir mal, was Haki so gelernt hat. Von wem denn? Wie Nicky Smarth, der hat ja große Töne gespuckt. Oh. Offensichtlich völlig zu Recht. Oh. Und Irony kriegt das Opening und macht nichts. Alles klar. Sehr schade für ihn. Ich sag's noch laut. Oh, wow. Da wurde nochmal schön einer abgewichst hier. Kollege. Faust und Schnabel 2-0. Sieht relativ kompromisslos aus, was die Herrschaften hier veranstalten. Und, äh, ich glaube, es sieht nicht aus. Deren Weg ins Grand Final könnte es nicht bewahrheiten. Wir haben sie angekündigt. Und Pyro weiter. Ah, ja. Digga, übrigens, es ist jetzt gerade ein Rennen. Ob die hier schneller fertig werden, oder Banane, der schon seit einer halben Stunde spielt. Die haben hier 2-2 letztes Matchradar angefangen. Oh, shit. Gegen wen? Gegen, äh, dass Greifswalder irgendwas kostet. Eins von den Kopfstunden. Das mit Marius? Nee, nee, nee. Das mit Marius hat am schlechtesten platziert von allen. Mit wem hat Marius geteamt? Mit Pyro. Ach, deswegen. Der Sterni-Mann. Der Sterni-Mann. Mit einem Kasten Sterni. Der Sterni-Mann kam grad mit der Kiste Sterni rein. Ehrenmann. Jesus-Maria. Ja. Was für eine Storyline. Ey, was für eine Narrative. Da ist schon was von unserem Sterni drin. Alles klar. Wir müssen bloß den Kasten hochnehmen. Was ist der Sterni-Mann für ein Atze, Alter? Er kommt hier rein mit der Kiste Sterni und sagt Moin. Gratis Bier, ja. Hey, Tobi. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, Tobi. Das geht nicht. Das geht auf jeden. SmashDG slash DKW 2. Ich hab da draufgeklickt und es hat direkt funktioniert. Tobi, ich glaub, du erzählst ein bisschen Scheiße gerade. SmashDG ist auch eine Kette. Aber Tobi, du bist ja auch schon eins von den älteren Semestern, dass du mit dem Computer nicht so gut umgehen kannst. Das ist ja jetzt kein Wunder für mich. Ja, Kollege, Tobi, ich weiß ja nicht, wie gut die Ossis sind heutzutage. Ich messe das immer an dir. Oh mein Gott! Er hat seit 7-Mate-Gefalkenpunch. Gigantisch sind sie! Okay, ich messe das nicht mehr an dir. Ich brauche von dir keine Antworten auf Fragen, die ich mir stellen will. Die Ossis sind die besten Spieler Deutschlands. Das ist wohl ein schnelles 3-0. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Ouda. Ja, schnelles 3-0 für Forza. Haori hat gerade einfach Irony-Gefalkenpunch. Das ist viel zu witzig. Alles daran hat mir so weh getan und er ist danach selber verreckt. Unfassbar! Die Tatsache, dass Irony nicht ausweichen wollte. Der Osten kann quasi gar nichts. Okay, Tobi, bist du immer noch der Beste da? Also für mich wirst du das ja immer sein, aber... Das ist ja mehr eine Herzenssache. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Oh, oh, oh! Irony! Ah, wie nimmt es eine Chance nicht wahr? Die Hure. Die Hure. Die Hure. Ich weiß warum ich glaube, dass Koro nicht das Arkadian gewinnt. Weil Geld nur mit spielt? Einerseits schon aber, weil ich es sogar bei SCB geschafft habe ein Game zu ziehen. Und ich habe so trash gespielt. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber... Deswegen mit zwei Pflicht, dass er das schafft. Und das war's für Irony. Fünf-Store-Comeback ist da. Fünf-Store-Comeback und da... Oh, the one! Oh mein Gott! Er spammt einfach nur nie und es funktioniert. Es funktioniert. Gib ihm den Echzer Schlapp! Es war ein Triple-Jab! Ist okay, ey! Wanns nicht sogar vier? Der Jab ist nicht der Echzer Schlapp! Schon? Harkin gibt es! Abzelt! Abzelt jetzt! Wow! Genden-Jab ist einfach viel zu witzig. Genden-Jab ist so lustig. Ist immer so... Und das war's. Quick 3-0. Faust und Schnabel. Kompromisslos durchs Loser-Bracket-Amt. Planieren. Faust und Schnabel? Ja. 3-0. Dann müssen die wahrscheinlich als nächstes gegen dieses Game 5, was irgendwo läuft. Ja, das läuft schon seit 100 Jahren. Das ist so lang. VW hat so 0 gegen... Der hat so 1 gegen 4 oder so. Kann man weggebracht? Die längsten Games ist es... 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 5-0. 5-0. Okay. Ähm... Der Gewinner von euch. Also erstmal der Ostenroll. Schmied mal eure... Eure Amateur-Bracket-Sets bitte. 5-0. Und Faust und Schnabel kann gleich wagen. Die müssen gleich gegen äh... Ja, bitte ich... Gegen da weiter. Ja, nein. Wie ist es ausgegangen? Äh... 2-3 für die anderen. 2-3. Banane. Auf den Stream bitte. Äh... Warte mal Banane. Auf den Stream bitte. Weiter Spielen jetzt. Ha? O Banane. Jetzt O Banane. Und... Wer noch? Die. 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 Warte. Steuern uns jetzt. Ist nicht eingespeichert. Steuern uns jetzt. Okay, das muss gegen niemanden. God Medic gegen Jojo Monster. Oh mein Gott. Ja. Wo ist es? War nicht da. Kuro und... ...hat einfach auf der anderen Seite umfangen. Haben wir zuerst noch. Ja, es war ja auch... Nein, hier war ja schon Faust und Schnabel drin. Ach so. Ist das jetzt richtig? Ja. Wurde dann aber weggemacht hier von unserem Kollegen. Lemurenkönig. Das ist Lemurenking. Wobei, dadurch, dass du jetzt schon raus bist und underperformed hast... Bei Doubles. Bei Doubles. Bei Doubles hast du jetzt diesen König nicht mehr verdient. Das haben wir mit Kevin damals auch so gemacht. Aber Doubles zählt nicht. Doubles zählt auf jeden Fall. Und jetzt im Moment bist du... Ich nehme Paul. Jetzt im Moment bist du nur der Pantagen-Lehnsherr. Der Lemuren-Lehnsherr. Der Lemuren-Lehnsherr. Noch nicht. Noch nicht mal? Noch nicht. Er hätte seinen Seed um drei Plätze underperformed. Ne, um fünf Plätze underperformed. Das ist vielleicht sogar nicht mal ein Lehnsherr. Ich play mit Paul. Ich auch. Aber den anderen. Lemuren-Lehnsherr. Lemuren-Junker vielleicht. Lemuren-Henker. Lemuren-Bub. Bist du auch dafür, dass wenn Paul 18 wird, wie ihn zu Geldmann umbenennt? Ja bitte. Ich möchte, dass er dann Geldmann heißt. Das ist ja so geil. Momentan heißt sein Fall ein Geldmann. Und der Ding im Pool ist gebastelt und verloren. Hammergut. Der Geldmann, ey. Sein Geldmann hat bis jetzt nichts gerissen. Unfassbar. Ja, weil er noch nicht abziehen ist. Kannst du jonglieren? Kannst du jonglieren? Was kann ich? Kannst du jonglieren? Ja. Mach mal. Insane. Hammer, oder? Können wir mal bitte kurz die Commentator-Campen? Ja, was sind das für Moves? Komm Cam, der dritte. Da. Da. Bei Szenen. So. Dennis jetzt. Dennis zeigt euch jetzt seine Juggle-Skills. Was ist mit Big Cam? Ah ja. Guck mal, wir können das ja natürlich auch umswitchen. Ja, wir sind jetzt auch auf der Big Cam. Wichtig. Was ist das letzte Big Cam? Ja, ey Tobi, Grüße an alle. Ich hab Angst da drauf zu klicken. Auf die BDI? Oh! Mach mal. Mach mal. Ja. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Hammer. Habt ihr das gerade checkt? Ja, ja. Ich hatte kurz Angst los. Warum liegen hier eigentlich Sachen wieder? Bin ich die Waffe? Der BDI-Button. Ja. Ich hab's gesehen. Hammer. 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 Wenn du da BHU im Spiel spoden. Fängt das immer von vorne an oder läuft das immer dauerhaft weiter? Nein, ich glaub das fängt von vorne an jedes Mal. Das ist natürlich doof. Sehr cool, wenn man das einfach einschalten könnte und dann läuft das halt ein bisschen weiter und dann... Zwischendurch immer... Ja, okay. Guck mal. Egal. Egal. Und jetzt, weil das Match zu langweilig ist... Haha. Ok, und ab geht's. Warum haben wir kein Double-Stormit-Layout? Da hat sich Julian keine Mühe gegeben. Er müsste halt so ein Doppel-Charakter-Ding machen. Aber guck mal, wenn du kurz guckst, wie gut die Quality hier ist und wie gut die Quality da war, ist schon deutlich eine Steigerung. Es wird besser. Hier ist auch eine HD-Ready-Kamera. Von Logitech, die edle. Von Lotte, wie man sagt. In Fachkreisen. In deinen Fachkreisen? Ja, ich bin ja vom Fach. Aha. Du bist Kamerafachmann? Ja. Du hast eine Ahnung. Kafama, wie man sagt. Ne, das ist ja Klusa Semi. Das Klusa Quarter ist bereits vorbei. Weißt einfach Bescheid, Kollege. Semi? Wobei ist ja nur eins. Nein, das sind zwei Sets. Das sind einfach zwei Single-Sets. Lol. Die Frage, die sich mir stellt. Wer war denn die Klusa Semi? Schwifty. Team Schwifty. Schwifty. Die sind schon längst raus. Sie sind Siebter oder so. Hör mir auf, oder? Das fühlt sich witzig. Wie wurde die gesiedelt, ey? Zweiter. Ne, Dritter. Das ist halt. Ich glaube nicht, dass der Osten-Roll-Zweiter war. Die waren über uns besiedelt. Da konntest die. Die überschätzt uns. Ja. Arkadyn ist nichts anderes als Deutschland such den neuen Superstar. Germany's Next Top Smasher. Witzigerweise, Dusan. Hieß Stevos... Ich glaube Stevos... Ja. Stevos Crew hieß so. Mit Flex aus Hannover damals zusammen. Äh. Hat Stevo... Hat Stevo die Smash Crew. Germany's Next Top Smasher. Germany's Next Top Model Smasher Edition können wir auch machen. Germany's Next Top Model zu hießen Dr. Dead und Dancing damals als Team. Ja. Es gab immer solche Germany's Next Top Model Referenzen in der deutschen Smash Community. Digga, es gab einmal dieses... Digga, es gab einmal dieses... Klo-Foto-Battle. Turnier eigentlich. Klo-Foto-Battle. 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 Das gab's auch. Klo-Foto-Battle gab's auch. So hat das alles angefangen, ja. So hat das alles angefangen. Ja, oder? Germany's Next Decent Smasher. Hehehe. Ja, Ato, du. Pass. Komm rum. Ato muss legizitieren... Auch die beiden von mir war auch ein Hammer, ja. Oh, H-O-W mit dem Gim. Er hätte aber Forthrow-Kante greifen gemeint. Die Standart-Dombo. Haki liegt immer noch bei 202. Meinungen? Hä? Haki lebt immer noch bei 202. Meinungen? Ja, Gnano dicker Mann. 211er lebt immer. Und Koro dicker Laser. Ich dachte, der heißt Schuschko. Ich schäme und Nuke. Oh, oh, die hat er erreicht! Die kommen auf den Typen von Deutschland. Die werden TH und A ausbrechen. Brauch mal, oder? Das sind doch OB untereinander. Aber leider ist das gerade gewinne ich direkt. Das überhaupt nicht. Ja, das Ding ist halt, dass... Also, was machst du gegen die? Du hast halt so... Also, mit Gnano kannst du ja keinen von den beiden. Du kriegst ja keine Fallout auf gar nichts. Du kriegst ja nur... Trades und Stray-Hits. Was ist das eigentlich für ein Match, Digga? Ja, die würde ich doch nehmen. Ja, aber das Ding ist, die anderen kriegen ja Kombos auf dich. Das heißt, du machst tendenziell erstmal mehr Damage. Als blaues Team, weißt du? Ja. Und das war's für Koro! Aber als ob Damage gegen Jannons mögliche Match hat, so... Also schon, aber nicht so krass. Ja, voll, natürlich. Weil die ja den nicht gippen können. Also, Pikachu vielleicht, aber... Fert schon gar nicht easy gippen. Und OB könnte halt mit Neutral B oder so ein Gimp anfangen. Genau. Ja! Und das war Banane! Und jetzt müssen wir mal gucken, ob OB was weiß, was... Ich glaub, die beiden haben noch nie gegen den jemals anderen Charakter gespielt. Dicke, Alter. Doch, doch. Ja, doch gegen Syrik, oder? Ich hab schon mal gegen OB mit Gnano nicht gewonnen. Hast du gewonnen, Ofis? Nein! Oh, shit! Gnano ist super scheiße, Digga. Na, das wollen wir mal sehen. Oh, das war's! Oh, der Snipe? Oh, ho, ho, ho! Ah, OB ist saving the day. Gnano? Und Banane ruft laut, was los mit dir, aller? Gnano! Wie machst du da? Ich geh sonst. Kannst du ihm einfach gut lassen schicken mit Gnano? Ja. Und sein Jump-Spot ist so langsam, dass er nicht auf dem Schick guckt, bevor das nichts passiert. Hammer! Okay, wollen wir mal sehen, ob... Was ist der Counter für den Yoshis? Oh, Banane. Äh, ja, Yoshis guter Counter. Andererseits... Pikachu, ne? Wie ein Pipi-Kacker. Aber er verreckt auch richtig schnell auf Yoshis. Ja, aber... Vor allem gegen Gnano, so bei 50 ne vor der und der ist weg. Aber er killt halt auch Gnan schneller als auf jeder anderen Stage. Und Gnan ist halt der, der am längsten überlebt. Wir müssen sehen, wie das mehr ausnutzen kann. Okay. Darauf kommt's an. Okay. Alles andere ist egal. Das heißt, Dima Richman fragt, warum das kein Rivals of Aether ist. Ist das... Ist das der Dima Richman? Der Boy, der die... Ich glaub nicht, Alter. Aber ich wüsste auch nicht. Soll ich die mal schreiben? Oh, und das war der erste... Oh mein Gott. Banane Marmelade völlig am ausatmen. Banane Disrespect. Guck mal bitte, wie Banane einfach um den Mann herumtanzt. Wir sagen ja, der Gnan, der tötet den Pikachu schon ziemlich schnell auf der Stage. Einen Scheiß macht, der guckt dir das an. Er kommt nicht mal zum Zug. Bumm, aller lustige Tricks an der Kante. Aber jetzt guckt dir Banane's Kiefer-Movements dazu an. Hammerkrass, ne? Er hat so geile Musch-Bastiken einfach. Warum hat er nicht generzt? Das hab ich irgendwie nicht so ganz gecheckt. Ich glaub, er wollte abwehren. Währenddessen hat Kori gebummst. Da kann Joshi gegen die Kamera gehen, Alter. Gnan lebt immer noch bei einer 30. Oh, das war's. Der Reverse Tales bei... Ja, genau. Mein kennt ihn. Der hat Banane sein Nonnage auf jeden Fall gezeigt. Arthur, willst du mir etwa sagen, dass du hier kein... Dass du hier kein Premium-Commentary hast? Atze. Man muss Mula für die Niere-Randschaft und Hustle-Alarm. Ja, ja. Ja, komm einfach rum jetzt. Naja, er ist arbeiten. Deswegen, das ist wie er Mula-Randschaft. Ja, egal, komm ran jetzt. Hustle-Alarm. Wie egal, auf Arkadien gibt es nur Premium-Commentary. Geht. Echt so. Spätestens bei Top 8. Ja. Wo einfach nur noch rumgeschrien wird, weil alle betrunken sind. Wenn's nur noch bei ist, wird einer... Dusan wird von seinem Bett gewobbelt. 100-Null-Match-Up. Hast du gestern gesoffen, oder was, Dusi? Dusan hat nämlich die schlimmsten Kater im Universum... Nee, warte. Dusan, hast du vor einer Woche gesoffen? Du bist immer noch... Hast du in der letzten Woche einen Tropfen Alkohol zu dir genommen? Nee, Dusan hat wirklich lächerliche Kater. Also, das ergibt keinen Sinn. OBS steht. Meinungen. 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 Kurzes Statement zur Sachlage. Wow. Bananenabladen. Choro mit der... Wow! Bei 60. Zorro. Mit Zorro. 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 Oh, das... Oh, Bananen, nein! Ich mach schon mal das 1-1 draus. Ich seh das hier nicht mehr passiert. Wenn OB das jetzt gewinnt? Wenn OB das jetzt gewinnt? Fünfer an OB, wenn er das gewinnt. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Hey, das wäre das krankste Kappel. Hey, aus meiner Tasche. Aus jeder von unseren Taschen. Jeder... Jeder hier gibt OB einen Fünfer, wenn er das gewinnt. Jeder, der nicht an ihn glaubt, muss mir was gewinnt. Lasst du fort wieder nach Hause. Stivo 64? Los Stivo 64. Oh Junge, Dima, Richmond, hausiert sein Match. Ich hebe euch ins Stivo 64. Oh! Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder automatisch das Geräusch machen. Ich hebe euch ins Stivo 64. Das ist der Mimeste Name, den ich je gehört habe. Ich hebe euch ins Stivo 64. So. Jetzt müssen wir aber hier wieder das... Dings... Dutan hat gestern Brettspiel ohne Alp gespielt. Oh Gott. Aha. Nein, Pasek. Mein... 1-2 Tages-Karte hatte ich mit 22.0. Die nächste Karte ist der Fall, wenn du nicht trägst. Einfach nur, wenn er eine Anwesenheit von Menschen ist, die tränken, trägt der Karte. Ne, also das Ding ist, ich habe inzwischen auch länger als einen Tag Karte. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich nichts machen kann. Also, ich bin dann halt ein bisschen gedamaged so am zweiten Tag auf jeden Fall. Echt? Ja, ja, ich bin dann so ein bisschen gedamaged. Aber ich kann leben so. Ich kann arbeiten gehen ganz normal so. Ich kann zur Uni gehen, kann aufpassen. Ich kann da Klausuren schreiben. Es kann Smash gespielt werden. Aber mir geht es auf jeden Fall schlechter, als wenn ich nicht gesoffen hätte vor zwei Tagen. Wie hättest du das gedacht? Ne, aber ich meine zwei Tage später. Wie viel hast du gesoffen? Ja, das ist halt das Ding, ne? Ich habe jetzt, ich habe jetzt am 1. Mai mir gegenseit immer noch Scheiße. Also nicht Scheiße, aber ich war auf jeden Fall ein bisschen mattig. Aber gut, das ist jetzt aber auch mit Heuschnupfen und der ganzen Scheiße zusammen. Ja, klar, bitte. Der Kranz posiert seinen Left. Showdots. Hast du denn noch wenigstens vom Mega-Top-Tier in Weiß, das ist halt noch, um zu brennen, einfach ein Liter Wasser trinken? Ne, habe ich nicht gemacht, aber. Das ist halt auch dumm, ne? Das ist doch scheißegal, Alter. Nein, ich schlafe. Dein Körper, Ding, dein Körper kochen. Du trinkst 1.000 Tonnen Alkohol. 1.000 Tonnen Alkohol. 1.000. Ach, Wasser. Ich trinke hektoliterweise. Äh, Kevin, was geht eigentlich ab? Wieso bist du nicht hier? Ich habe ihn auch schon gefragt, der hat keine Antwort gebracht. Wo ist Stevo's Mewtwo? Stevo's Mewtwo hat es nicht verdient. Stevo ist zu clever, um in dieses Haifischbecken geworfen zu werden. Ich glaube, meine Ice Climbers wären hier legit nicht mal Top 8 gekommen. Ich glaube, das hätten wir machen können. Aber Stevo ist zu Big Brain und sein Mewtwo ist zu erfahren. Buxbaum passiert endlich auch sein Match. Jawollex. Ja, Buxbaum. Wo er schon seit 3 Stunden zuguckt, der Junge. Warum ist eigentlich Buxbaum nicht da? Weil er behindert ist. Keine Ahnung. Ja, Buxbaum. Ich meine, der ist hier, der ist hier, äh, Vizemeister. Der hätte eigentlich mal vorbeikommen müssen. Wie gesagt, hier hätte das easy gewonnen. Ey, Buxinger. Äh, der hätte halt auch noch mal easy in den Aschenbecher gekotzt müssen. Hammerkrass wär das gewesen. Wie jetzt hier. Meinste, äh, meinste Faust ist schlabel. Okay, kann sich keine Reisen reißen. Rich Homie Quang. Was geht, Hui? Der Boy der G. Der Hui der Ho. Sick wie Leukämie. Fensterstolperer 2, die Rückkehr des Stolperfensterers. Er ist im Chat. Ich war mit Zenu letzten Samstag. War hammerkrass. Zenu und Dutan waren irgendwie am Schlesi und haben Rian gesehen. Weil wir waren irgendwie am Spädie Corner und Rian ist nach Hause gefahren. Ja. Und die haben Rian am Bahnhof Schlesi getroffen. Meinen sie ja, was machst du hier? Ja, äh, Dennis, Benni und Lea sitzen da noch am Spädie. Alles klar, da kommen die vorbei. Ja. Die sitzen da so eine halbe, dreiviertel Stunde, quatschen so ein bisschen. Dann gehen die los, weil du sie auf irgendeiner WG-Party da oder, äh, weiß ich nicht, irgendwo. Ich glaub, es war ein Club oder so, kein Plan. Die gehen, die gehen da hin. Zenu kommt zwei Stunden später alleine wieder. Meinst, die Party war scheiße. Was machen wir jetzt? Und wir sitzen am Spädie immer noch, uns aber auch völlig schon einen reingedröselt. Und so, wir wollten eigentlich gar nicht so viel, aber wir saßen da so lange und es gab so vier vier. Und dann sind Zenu und ich mit dem Christian Trick auf die Home-Party gegangen, die die ganze Zeit über neben uns stattgefunden hat. In dem Haus neben uns, Köpenicker Straße 1. Ich hab das auf Tuna auch gemacht. Ey, das war so witzig. Die ganzen Abend sind da Leute rein und raus gegangen und Zenu und ich so, da ist doch eine Party. Ja, hehehe. Digga, was? Was ist gut? O.B. der Klatschgott. O.B. der Klatschgott. O.B. der Klatschgott. O.B. wirklich? Nein, er hat eigentlich nicht von diesem Planeten. Er hat eigentlich nicht so gemacht, die uns gegenseitig gemacht. Ja. Ja, aber was war das eigentlich für eine Magier-Party auf der Fall? Achso, das war am Geburtstag von einer Freundin, weil Walburgesnacht war, war Hexen das Thema. Ja, auf jeden Fall. Und die haben das sehr lose interpretiert, als der eine Homie als Criss Angel reinkam. Mein Freak! Hat er auch den ganzen Abend gesagt. Mein Freak! Das war zu geil, Mann. Ey, und das war auch so hexig, ich bin auf einer Kerze eingepennt für eine Dreieinviertelstunde. Ich kann die Sohose immer noch nicht anziehen. Die ist so vollgewachst. Hammereklig. Damn, Alter. Ja, achso, genau. Das war die Drogi-Party. Und Zenu ist mit denen dann noch After gegangen. Also ich bin um halb sechs oder halb sieben, glaub ich, nach Hause. Und Zenu ist mit denen noch in eine andere Bude zum After-Auern gegangen. Egal. Auch von irgendwelchen Wildfrenten, die wir nicht kannten. Zenu so, boah, das sieht doch lustig aus, oder? Ja, klar. Also für mich ist das nix mehr. Die wollten eigentlich ins Golden Gate und Zenu meinte, er wollte da feiern. Aber die waren dann auch nicht mehr feiern, leider gesagt. Ich glaub, die sind dann irgendwie um zwölf noch losgegangen, irgendwo zum After-Auern. Klub. Und der tut so, nee, jetzt geh ich nach Hause. Jetzt reicht's mir. Es ist jetzt zwölf Uhr mittags, ich muss auch heute Abend arbeiten. Logik. Digga, Berlin ist ein bisschen... Oh mein Gott! Banano! Mamolado! Und das sind Wochenende, zwölf Uhr irgendwo feiern. Hä, kannst du immer. Auch jeden Wochentag. Du findest um zwölf irgendwo, wo du feiern gehen kannst. Hammergut. Um zwölf Uhr mittags. Ja, wenn du mal frei hast. Digga, Berlin ist so gestört. Im Sommer kannst du... Also jeden Wochentag kannst du im Sommer um zwölf Uhr irgendwo feiern gehen. Zwölf Uhr mittags. In Berlin ist Berlin so. Ja, Hammergut. Mach ich zu mal nie, also. Ja, aber es ist halt Hammer schön, wenn du mal... Also dann gehst du halt irgendwie Club der Visionäre oder so. Oder Birgit und Bier irgendwo, wo es halt Open-Air-mäßig ist. Okay, ja. Oder auch Berghain-Kartine hat wahrscheinlich auch auf, immer, ne? Ja, naja. In der Fall kannst du immer irgendwo feiern gehen. Ja, du musst einfach mal herkommen, Rui. Was bist du für ein Opfer? Vor allem, ja. Ja. Wirklich cool. Richtiger Schwanz. Ja, ich weiß auch nicht, was mit Zenu... Also Zenu kam dann einfach zurück, weil er meinte so, er fand die Party bei dir nicht so interessant. Er wollte dann mit uns vielleicht noch ein bisschen cornern und dann eher nach Hause. Und dann haben wir aber noch so viel Bier getrunken, dass wir dann auch beide Bock hatten, uns auf diese Home-Party reinzuschleichen. Und dann haben wir gesagt, wir sind mit Christian da und auf einmal waren wir drin. Okay, guck, fang auf. Er ist mit einfach alles jetzt. Er wurde auch schon zweimal gegimpft von Banane. Aber sonst hat er kein Zufall. Ja, ja, voll. Das Kommentar ist so alle fünf Minuten. Ich weiß nicht. Dann ist auch nur so kurze Analyse. Nicht mal Analyse. Ich war einfach nur mit irgendeinem Scheiße geredet. Und dann war's das so. Und dann wird wieder über Dennis Party-Tweets gelesen. Ja, Digga, dann kommt wieder irgendeine Anekdote. Können aufhören. Ihr könnt die ja heute Nacht lesen. Ist ja okay. Wir hören jetzt auf. Dennis, ich finde, man sollte aus deinen Tweets Vorlesungen machen. Ich hab noch nicht mal meinen Bachelor, aber ich werd diesen Lehrstuhl bekommen. Richtig. Dennis Party-Tweets. Oh! Das ist es für Haki! Oh mein Gott! Aber Haki kann den Stock klauen. Das ist immer noch zwei gegen zwei Dinger. Ja, ja, aber... Guck mal, wenn sie Kori jetzt bänden... Oh, OB will hier aber wirklich alles mitnehmen. OB wollte zu viel. Auf jeden Fall sehr viel zu viel. Er hätte einfach eine Nähr machen können, dann wäre es vorbei. Das ist ein Moven ist, Digga. Bruder, er ist so atzig gut grad. Puh! Nimmst du, wie am Donner-Snap hier? Dicke Titten und starke Atzen! Und starke Atzen! Hey, ich dachte, dicke Titten und starke Atzen! Und starke Atzen! Und dicke Titten! Und starke Titten! Und dicke Atzen! Oh mein Gott! Und das ist es! OB völlig außer Rand und Band. Und jetzt kommt Team O-Banana. Bleibt jetzt sitzen und spielt gegen Team Schmiffi. Also auch völlig kompromisslos! Noch in irgendeinem Game gelassen. Ja, mach einfach mal eine Skepsis! Ja! Mach einfach mal eine Skepsis! Ja! Ja! Oh, Atzen! Irgendwelche Predictions für dieses Set! Ich glaube, Schwiffi hat das! Aber vielleicht haben die auch schon gekifft! Und dann sind die langsam! Aber dann sind die auch schon Big Brain! Ja, bestimmt auch irgendwie zuhause oder so! Bestimmt! Oh mein Gott! Top 3 ist Berlin only! Ab geht's! Berlin bleibt hart! Toast und Schnabel! Ja, das ist der First Seat! Aha! Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Die haben sich gerade so in die Top 4 gerettet! Oh, Entschuldigung! Da wurden wir vielleicht im Winners geupstettet! Jetzt sehen wir uns im Grand Final wieder! Ja! Wieso ist OB nicht ins Bracket gekommen? Weil OB sich gegen Bufferget verloren hat! Oh mein Gott! Keiner von den Top 3 Seats ist in der Top 3! UPSET CITY! 3-1 für O-Banana! Dennis, das ist Acadian Doubles in a nutshell! Ja, du als einer aus den Top 3 Teams musst das natürlich sagen! Richtig! Verrede ich ja von selbst! Und jetzt hat OB noch so viel Ero nimmt den Berlin-Tag rein! Hammer! Jungs! Hammer! Mach mal alle Berlin-Tag! Berlin bleibt hart! Warum ist dein Bier eigentlich schon wieder fast leer? Weil du sehr gerne trinkst! Das ist so im Bett, wo ich lieber... Ihr fiesen kranker Typ! Berlin bleibt hart! Ordner ist dein pipes immer, wenn du Stine weh! OBS ist am Space Racket immer bestellig und der andere auch! Das ist aber Jobricket! Er macht immer Stine und der andere auch! Ja, es ist wirklich möglich! Nachher muss der Gewinner von den Tarifien in der Mitte hin. Auf! Aaaaaaah Das Geld schon rein, ich besiege Uslern will Donuts Efi is so bad boy liver Cool story Uslern Dann geh raus und kauf dir welche Will Donuts, eydaa Ja, Dusan Ich weiß auch nicht mehr, digga Ich hab schon ne ganz weiße Warum ist das hier nicht Marmelade so? Warum? Ich weiß nicht, hier im Lobby ist normalerweise nicht Marmelade drin, oder? Eigentlich nicht Also Obanana ist halt auf jeden Fall schon der wackeste Tag Also nicht der wackeste, aber Man hätte sich schon nice in Teamnamenausnahmen denken können SMS 2, was ist SMS 2? Was ist SMS? Super Mario Sunshine Ist ne gute Frage, wann Super Mario Sunshine 2 rauskommt Genosse Das ist fortbenutzen gehen nicht Super Smash Smash 2 Aha Da würde es mir SSF und ich SMS Das, was er sagt Sonne Moon Smash Sonne Moon Smash, alter Digga, wann Ja, keine Ahnung, frag Duzan Digga, wann ist Helix 2, Brudi? Ja, frag Duzan, niemals Ja Hey Digga Nicht mehr in diesem Leben Digga, auf R4 Duzan Er hat Helix 2 confirmed, alter Ich schwöre Das haben auch mehrere Leute waren dabei Als Duzan das gesagt hat Und dann hat er einfach nur getrollt Der R4 Und dass er Helix 2 macht Ja, nee Er war halt mega besoffen Und hat dann so gesagt Ja, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern Digga Ja Das ist halt Richtig dieser Dicke Move, ey Die Bananas sind gestört und doch scheiß Digga, was Das ist das Digga, Sam Hat sich wie so auseinander genommen Und ja geil, Banane mit Ketchup Wieso Banane mit Ketchup? Banane mit Ketchup, leider Banane mit Ketchup, leider Banane mit Ketchup, leider Ja. Das ist super. Digga, Erdbeer auf Pizza. Ob ich mich darüber freue? Nein. Ja, der einzige Verrackt hat dabei nicht gemacht. Pizza freut mich sehr, ja. Jetzt führ mal die Flasche. Dennis? Ja, auf jeden. Eine zum Aufmachen. Digga, sag das doch! Ich dachte, du wärst ein sozialer Boy, der jetzt die Flaschen wegbringt. Nee. Nee, Digga! Switch doch! Nimm doch einen guten Charakter. Wow! Pika, Pika! Nein. Yoshi ist nicht dumm. Obe ist einfach zu bigbrain. Aber eigentlich ist Obe gar nicht so gut. Aber verrat sie ihm nicht. Ja, natürlich. Wer sollte sonst der heftig Besoffene sein? Ja. Nee, nee. Yoshi ist... Okay, Yoshi ist ein bisschen behindert. Aber Obe ist wirklich behindert so. Zum einen bin ich aber nicht heftig besoffen. Es kommt auf den Standpunkt an. Es ist 16 Uhr. Ja, Digga. Ja, und? Digga. Immer HIN Flashbacks, Digga. Ohne Witz, HIN auch beste, beste Turnier-Serie gewesen. Free. Ja, Digga. Hast du irgendwie in den letzten Jahren mal eins gehostet? Nein. Also gewesen. Proof me wrong, Yannick. Proof me wrong. 1-0 für Obe. 1-0 für irgendwie. Das tragen wir nicht ein. Was zur Hölle ist die Maus? Ich sehe es nicht. Oder die beiden haben... Haben die gewonnen? Du hast das gesagt, Digga. Ich erinnere mich doch nicht mehr daran. Ich hab die aufgepasst die ganze Zeit. Digga, acht dich auf das Match. Okay, die haben auf jeden Fall ein Match. Digga, ich hab sechs Bier oder so drin. Den Kontrolleur. Genau. Den guten. Und würdest du mir auf die Bishop & Friend Reich wieder fliegen? Digga. Kein Ding. Sorry, dass ich sie auf den Rücken gehauen hab. Ich will nicht nachfragen, ob es jetzt First Game war oder nicht. Aber ich glaub schon, dass es First Game war. Digga, wieviel steht's? Okay. 1-0 für. Ja, 1-0 für. Ja, schon. Ich hab wieder mal angefangen. Falls nicht, ist egal. Wir werden's mitkriegen, wenn's vorbei ist. Ist der Fallskonstante anwesend? Ja, aber unter dem Namen Tapsie. Ich komm jetzt vorbei. Ich komm jetzt vorbei. Die Jungen Tapsie hat einfach nur rausgelackt, Alter. Und äh... Cox Butter gegen Luki R. To be honest, er hat eigentlich nur reingelackt, so. Es war eigentlich nicht verdient, der First Game war. Und ähm... Spielt mir die hier vorne irgendwo. Denn er hat gegen Irony verloren. 2-1. Also 1-2. Hat dann gegen... Ach so, ne, er spielt nicht mit den Doppels. Ähm... Er ist lieber nach Hause gegangen. Also er hat gegen Irony 1-2 verloren. Aber gegen Jens 2-0 gewonnen. Und Irony hat gegen Jens 2-0 verloren. Und... Äh... Tapsie hat Jens 2-0 besiegt. Und deswegen haben wir einen 3-Way-Tie. Aber Tapsie ist der Erste, was Games angeht. Und Irony der Letzte. Und deswegen ist Irony... Äh... Obwohl er auch nur einen Loss hatte... Im Amateur-Bracket gelandet. Ja, ich durfte gegen ihn spielen. Aber es waren lustige Matches. Mit vollem Bockgemacht. Und es waren Marv-Ditos. Ich bin mir nicht so groß und müde und ich weiß nicht warum. Hast du nicht genügend geschlafen? Nö. Ich hab zu früh aufgewachsen. Ah, damn. Äh... Er suckt. Fox fällt einfach aus 3000 Metern Tiefe an der Kante vorbei. Oh... 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 Oh, der Team Blau macht Schwäffi grad bisschen fennig. Oh, Banane geht bisschen ab. Oh, Banane. Ist krank. Efi verkackt den Engel bisschen. Efi... Efi wollte den zu guten Engel haben. Efi wollte ein bisschen zu viel. Die sind jetzt 2 Stocks hinten. Ja. Das... Jetzt sind die 3 Stocks hinten. Oh, damn. Pika... Ja. Ja, nur noch 2 Stocks. Ja, sie... Könnte sich einiger Mastis. Nein. Was macht Sam? Er steht bei 0. Digga. Es war halt so okay. Kann man halt machen. Sam hat einfach keinen Bock mehr. Aber... Sollte man halt nicht. Triggert mich unnormal. Warum ist UB so weit? Ja. Die gewinnen nochmal. Ja, ja. Er ist aber auch gleich gerannt. Kannst du Sam dafür? Ne, UB hält ja den gesamten Armantial Bracket aus. So, ne? Ja. Der Hund. Ja, ja. Possible Comeback. Der Hund. Ja, ja. Possible Comeback. Ich würde sagen. Ja. Und nicht, wenn man in den Pool draus passt, dass man dann nix mehr hat. Das war ja traurig. Allein deswegen gab es Amateur Brackets. Amateur Bracket in dem Low W Tournament. Der Hund. Ja, 48 Töne, ne? Der Hund. Das ist schon ziemlicher Schott, alter. Das war der Schott. Fucking High Horse People, alter. Get back on the ground, alter. Der guckt eigentlich nicht zu, so. Genau. Lass mal den Lurker outcallen, alter. Das ist richtig dieses Ding, was man nicht machen sollte. Der Hund. Der Hund. Und ich muss arbeiten, aber guckt den Streamen. Der Hustle Alarm, hä? Liga, wir gucken auf eure Leute... Ja, authorization ins du dasßen. Ja, Auto meint, haben Sie müssen arbeiten, guckt aber den Streamen die ganze Zeit. Es ist eine Deine Probleme. Der Hund. Wo der Einiein. Leike guckt die ganze Zeit zu. Luma. Die Polizei mit null. Das ist ein Bot übrigens, ne? Ok. Er guckt jedes weekly. Aber er schreibt nie was in Chat. Digga, verankert guckt zu. Richtig verankert, Digga. Stivo ist auch so ein richtiger... Er guckt beim Weekly zu, aber schreibt auch nie was. Ich lehre unverankert. Guck mal hier und 0x2f7c37. Ist das so ein Lobbycode für Netflix? Wahrscheinlich. Oder halt irgendwie so ein... Es könnte halt auch einfach so ein Offset sein. Irgendwie sowas. Digga, OP ist größer als das... Rivals of... U-Major. Warte, was? Das Tournament hier ist größer als das... Rivals of... U-Major. Das ist schon echt traurig, Mann. Das ist ein bisschen traurig für... Aber es ist voll dann witzig. Im Ende ist es so witzig. Aber guck mal, es ist Berlin. Es ist Akkadian. Es ist viel Alkohol. So, wer möchte da nicht kommen? Na, ist halt true, Alter. So, hat Rivals of FIFA vier Sterni? Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Digga, Schwüffi wird ja immer so gebumst, Digga. Boah, Digga, richtig weggeklatscht den Pika, ey. Die Jungen hat aber wieder rumgeschrien. Und dann morgen kommt der Pfizer sein. Wenn ich will. So wie letztes Akkadian. Ja. Ja. Ne, da sind alles Underage Furries, Alter. Die Rivals of FIFA-Major. Digga, ist Dima Richmond immer noch hier? Ja. Er meint grad, dass der Akkadian größer ist als das Rivals of FIFA EU-Major. Das ist halt... Das ist halt... Das ist halt Kevin eigentlich. Das war das Rivals of FIFA als was? Das Rivals of FIFA EU-Major. Das Rivals of FIFA EU-Major. Da ist ein Typ drin, der redet die ganze Zeit drüber, dass das eigentlich Rivals of FIFA EU-Major sein sollte, dass das größer ist als das Rivals of FIFA EU-Major. Du konntest auch nicht mehr reden, oder? Ja, aber niemand... Ja, egal. Konzi hat auch schon zu viel Bier drin. Nee, nee, nee. LOL. Beendet es doch einfach so. Erlöst uns. Danke sehr. Grand Finals. Hey, will die Reset, ne? Wehen. So geil. Warte mal, äh... Ist da jemand cooles im Champion? Stormlight ist da nicht so. Und Zirik auch. Ohne... Sops. Sopsi. Ey. Roshi Peacock, ne? Digga, war so klar, dass ihm das gefehlt, ne? Digga, ist schon weg dabei, Alter. Oh, warte, ne? Ich hab halt echt kein Harten Ei gekauft, weil das dann einfach das Begeben ist. Das können wir nicht machen. Aber du... Den kommt eigentlich heute Abend. Ist das Leute zum Bierpokkspiel vorbei oder so? Keine. Aber ich letztes Mal, weil wir irgendwie noch heute da zum Bierpokkspiel haben. Da bin ich irgendwann so um 8 oder so erst gekommen. Soll ich auf Leute zum Bierpokkspiel vorbeikommen? Ja, klar. Kann man hier Shine Upsmashen? Ja, kann man. Wenn man Fox spielt. Oder Falco. Kann man hier Shine Upsmashen? Rivka-Sets. Wird bitte gespampt, wenn Rivka jedes Mal einen Stock verliert. Dang, Digga. Dang. Der einzige Nachteil an Bierpokkspiel ist halt, dass man so aufs Strollen isst. Das macht mich so. Das hält nicht. Ich check das auch gar nicht. Das ist halt insane, Alter. Also man trägt die gleiche Menge Wasser und muss nur halb so flippen. Schlimm. Schlimm. Wenn wir jetzt Reset haben, dann hält unbedingt den kompletten Amateurbracket auf und wir werden bis um 2 Uhr morgens spielen. Wer ist so ein Gott? Das dauert. Also sobald es aber ist, wenn ich nicht weiterzuhebe. Das ist ein Kind. Ich bin noch drin, Digga. Ich bin noch drin, Digga. Ich bin noch drin, Digga. Ich bin noch gegen jetzt. Setz dich hin jetzt. Ja, das soll die Scheiße. Ja, da wird es. Keine Ahnung. Ich bin noch drin, Digga. Ich bin noch drin, Digga. Ja, das soll die Scheiße. Ja, das soll die Scheiße. Oh ja, das soll die Scheiße. Ja, das soll die Scheiße. Ja, das soll die Scheiße. Nein, das soll die Scheiße. Nein, das soll die Scheiße. Ich bin Platz, man. Was soll die Scheiße? Das ist noch drin, Bein. Darfst du gegen den Club kompieren? Nee. Nee. Hast du den jetzt rummatt? Ja. 2 Minuten. Also. Stabil. Ok, dann. Los drehen alle. Gewin mal dein Ding hier. Ja, das ist jetzt das Grand Finanzen. Oh, die haben wir noch nicht mal angekommen. Two to beginn. Am Amateur-Bracket sind ja auch 30 Leute drin oder so. 31, 31. Eine Person war nicht da. Eine Person war nicht da, wack shit. Ja, 31 Personen Amateur-Bracket ist größer als der Pro-Bracket. Kann man mal machen. 3-0? Kannst du Kyro weiterspielen? Der Price Pool? Ey, Konzi, was ist der Price Pool? Der Price Pool? Für was jetzt? Insgesamt. Für Singles? 192 Euro. Insgesamt, das ist der Pool, aber das wird verteilt. Aber wann wird ausgezahlt? Ja, wann wird ausgezahlt. Na, welches da ist denn? Ist das die Casting-Cross? Singles ist Top-8-Auszahlung. Aber ich hab gut verteilt auch. Erst auf 70 Euro. Damit halt nicht irgendeiner, der halt so, normalerweise nicht mal Weekly gewinnt, irgendwie 80 Euro abstopft oder so. Das fände ich ein bisschen asozial. Warte mal, was ist das für Doubles? Ich weiß, wie viel es für Doubles ist. Wahrscheinlich auch um die 140. Aber das wird ja auch verteilt. Ich würde halt so Top-3-4 auszahlen. Aber ich hab mir... Das hab ich mir noch gar nicht angeschaut. Das ist ja Blicken-Money für OB, Junge. Macht da mal 12 Bracket und dann aber so und dann ist der Hund. Leider ein bisschen der Teil. Außerdem ist das wahrscheinlich eher so 40 Euro. 20 Euro für jeden. Vielleicht gibt Leften ja ein bisschen Geld ab. Entry-Fee... 15 Euro oder 20 Euro? Ne. Ist das jetzt das Grand-Final? 15 Euro oder? Bei Entry-Fee 15 Euro? Ja, für alles war 15 Euro. Für alles war 15 Euro Entry-Fee. Ne, mach doch mal ja vor kurzem. War ja 40. Naja, aber du hast ja dann ein bisschen nachvoll, das ist ja Value-Fee, das muss eher an die Miete gehen. Dann gibt Singles und Doubles wieder eh wegs. Was willst du denn nachrechnen jetzt hier? Was willst du denn nachrechnen? Wie viel ist das insgesamt? Ist das jetzt von Double-Fee's Grand-Final? 720 Euro. Egal, ich hatte aber 720 Euro auf einem Konto. Ok, 720 Euro von 48 Teilnehmern, Jungs. Aber sind da noch ein paar mehr Leute dabei eigentlich? Nein. Ein paar Leute haben halt einfach nur... Digga, das ist so viel Kohle. Junge, geh doch einfach arbeiten und siehst du das jeden Monat. Geh doch einfach arbeiten und siehst du jeden Monat mindestens mehr. Digga, ich hab's ja noch mal keine Zeit gemacht. Ja. Legit nicht. Für einen 450 Euro Job hat jederzeit. Bauer, das sind 11 Stunden die Woche. Bei Mindestloche, das sind 11 Stunden die Woche. Digga, ich hab's mal ein bisschen ins Konis. Genau. Das fällt, dass du besser gegen das Original einfach nicht angehen. Weil da habe ich jeden Tag einen Anlauf. Wenn du was so abends hast. Jetzt? Ja, LOL. Dann kann ich nicht schlafen jetzt mal. Ja. Mein Mindestgrundsatz ist so, dass ich dabei noch nicht schlafen kann. Weil das nicht geht, wenn ich es doch nicht mache. Also das Ding ist, ich hab ja auch keine Ausgaben. Das ist nicht. Und bei mir zu Hause. Ich hab ja auch keine Kinos. Ich hab ja auch keine Woche abends. Ich hab ja auch keine Woche abends. Von 7 bis 12 oder so. Ja, ich hab's ja auch nicht. Aber das Ding ist halt, dass ich die ganze Zeit mache. Ich hab's ja auch nicht mit mir vollständig bewirken. Ja. Das ist halt dann elektrisch. Das machen dann meistens ein bisschen Chemie. Wir haben halt eine Freizeit, die ganze Thermos und die ganze Zeit im Leben draufgeht. Wir wissen, dass Investor fehlt noch mehr dabei. Ja, da musst du die ganze Zeit... Da hast du aber gar keinen Spaß. Da musst du die ganze Zeit... Da musst du die ganze Zeit... Da musst du die ganze Zeit kurz ruhig schreiben. Echt? Das war dann so eine neue Beweis-Reaktion. Ach so stimmt, Orbital-Modell haben wir auch noch. Zwei Zeilen. Das war ein bisschen bei Mathe die erste. Das ist wirklich nicht in BD schon. Das ist ziemlich witzig. Ich hab mich gestern gespielt. Ich hab halt schon... Ich hab im März schon zugebracht. 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 Ich hab mir gerade geheimdiert. Ja, fair wahrscheinlich wird und dann fertig wirst. Ich hab hier gerade auch. Das ist ein Schirr. Das ist ein Schissgeheim. Ja, je nachdem wo du heute hingehst. Und so was Elche... Ja, keine Ahnung. Ist halt Berlin, wenn du da zu wählen. Ich mach meine 5.PK zum Beispiel auch der 7. Mai hier. Das sind ja die Leute, die ich hier nicht studiert haben. Ich muss jetzt so... So Bio muss ich... ...worfen noch rein, also ein bisschen. Dann hab ich irgendwie Montag Bio. Dann hab ich irgendwie eine ganze Woche Zeit so gezielt. Weil ich schreib am Freitag Chemie und Chemie ist so das Einfachste für mich. Ich muss gar nicht so viel lernen. Deswegen bin ich ein bisschen abgepackt von der Reihenfolge. Chemie war irgendwie auch... Ich hab Berlin ab. Das Ding ist... Ich fand's im Unterricht schon im Olympics einfach. Aber die Abituraufgaben sind noch viel einfacher. Die Abituraufgaben sind noch viel einfacher. Also... ...dernach geht's nicht mehr groß. ...die jetzt überhaupt nicht mehr Unterricht hatten. Wut ihr überhaupt schon ein Game beendet? Ja. Oder das ist noch das erste Game? Ja, das ist das erste Game. Was? Sollte... Also sie haben gerade gestrikt. Zumindest habe ich gerade die Stage-Selection gesehen. Vielleicht haben sie... Jungs, wie groß können diese Weeklys werden? Weiß ich nicht, ich glaub wir sind im Schnitt so 15 Leute oder so. Ja man, das ganze ist jetzt echt ziehen, das Grand Finals. Vor allem wenn die jetzt so Game 10 machen oder so ne Scheiße, dann bin ich ja mal komplett raus. Dann spielen wir hier bis noch um zwei. Ich will einfach nur das Brackett spielen und O2 gehen und nach Hause. Wie soll nach Hause? Ich höre mich dann auch noch mit Freunden, die ich nie sehe, weil ich nicht in Berlin wohne. Wer nur auch so ein sexy Boy. Ja guck dir seinen Bart an, mit Bart ist der Typ einfach krank. Esst hier Luchs. Hof ist ein Naja. Bananen hat auf jeden Fall die sexiesten Kiefer-Movements, Alter. Und OB kann man nicht sehen, aber OB... Welcher ist Bananen? Der zweite von rechts. Also der... Mit der Brille. Null. Die beiden in der Mitte haben ne Brille. Ja und der am Rand da hoch. Ne, der zweite von rechts. Und der mit der etwas dunkleren Hautfarbe. Okay. Jetzt hab ich's gesagt. Ich wollte's nicht, aber ich hab's jetzt gesagt. Der Junge ist aber für Sie. Ich hab ja nur gesagt, er hat ne dunkle Hautfarbe, das ist ja ein Fakt. Das ist ja jetzt hier kein Angriff gegen ihn oder so. Ich hab ja auch nichts dagegen gesagt. Ich glaub, er ist einfach nur cool auszusehen und dann schön. Oh? Ne, Ophys ist klatscht. Der hat vorhin schon Games geklatscht, der Junge. Ja, aber das könnte schwer werden, weil er eigentlich von jedem... Ja, er darf heute nicht resten. Ja, das ist ja auch ein Fakt. Ich hab ja auch ein Fakt. Ich hab ja auch ein Fakt. Ich hab ja auch ein Fakt. Also du kommst eigentlich mit Fakt nicht zufrieden. Das kann ja so nervig sein. Vor allem wenn Ophys spielt. Das dauert ja ein bisschen. Man, das war das erste Game, die Gäste. Und dann kannst du dir danach als... Wenn du Lust hannst, wenn dir irgendwas gut gefällt, kannst du dann das abfahren und dir schon mal die ganze... Wenn die kommen aus Flusers. Wenn die jetzt drauf räumen... Ja, ich... Wenn die jetzt Gamefilmer... Besser als so 10.000... Ne, wie musst du im Bracket spielen? Oh nein! Nein, ich will nicht davon... Boah! Das ist wirklich traurig. Konstantin kriegt Protestmuskel. Ne, es ist nicht traurig. Es ist sehr beeindruckend, dass die das hinkriegen, hier so aufzuräumen. Still hustlen, sagt Arthur während er den Stream schaut. Ja, ich hasse O.B. Wir brauchen den Berlins Smash Sexy Calendar. Wir haben jetzt so sexy Fotos von Rivka zum Beispiel. Aber wir müssen über sein Gesicht das Rivkas Light Emote machen. Ja, eigentlich glaube ich lieber immer Wattel Racket. Oh, er hat dann eben gerastet. Benno und Julian stacken heute. Wieso? Handy, du meinst Benno und Kufis. Und weil Julian in der Hunde nicht double spielen wollen. Jetzt musst du auch auf dem Wattel. Jetzt musst du warten. Und die gibt es bei 730 Euro, die da eigentlich passiert ist. Gibt es eigentlich der Armateur-Bracket aus Trails oder nicht? Digga, den Arsch. Habt ihr die Scheibe mal nachgerechnet? Der Winner vom Armateur-Bracket darf sich zwei Bier gratis spielen. Die 5 Euro pro Person oder 4 Euro, die für Singles genommen sind. Die gehen ja auf alle in den Singles-Vortrag. Davon sehe ich nichts. Von Rubbles genauso. Allerhöchstens sehe ich was von der Venue-V. Aber ich muss ja auch Miete zahlen. Wer hat dich für das angemacht? Leider, ich wollte niemanden. Wollte mal erklären. Also, es bleibt jetzt schon ein bisschen aus dem Hinblick. Ich hab noch ein bisschen darauf ausgelegt. Am Ende ein bisschen gute Mache. Für den Fall, dass auch 20 Leute nur von Firm und ich wollte, dass wir auch 4 oder 0 gehen. Ich glaube, dass ich super viele Leute von Firm. Alter. Schweine-Nick. Oh, Simon am Kommentieren. Schweine-Nick. Es gibt nichts zu kommentieren. Es gibt nichts zu kommentieren. Ich will nicht kommentieren so. Ich will eigentlich spielen so, aber ich geb dir das mal. Und ihr aus Lula kommt erst eben. Wir werden behindert. Ja, das ist so. 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 Die Yoshi-Story ist, um ehrlich zu sein, mein Lieblings-Map für Doubless. Weil da ist immer viel los und dann kannst du eigentlich immer irgendwie durch die Gegend janken. Ich hab mal fast mit Asta zusammen gegen Film and Blaze ein Game gewonnen auf Yoshis, weil wir einfach immer weiter und nur irgendwelche Sachen gespammt haben, und es hat fast funktioniert. Das ist ziemlich witzig. Aber Team Fasten, you see that's so cool. Ja Stormred, da sind wir jetzt gerade alle am hoffen. Bitte keinen Reset, Alter. Wer klingt wie chill in Luke? Wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Bruh. Okay. Was meinst du? Du. Danke. Uns. Was meinst du? Wer sollte hier die obere Hand behalten auf dieser Map? Also auf dieser Stage? Ich hoffe mal einfach die, die aus Winners kommen. Damit die Scheiße mal vorbei ist. Okay, aber jetzt realistische... Predictions? Realistische Analyse. Eigentlich schon übernane. Weil erstens VIX-Charaktere auf einer VIX-Stage. Und es ist Yoshis und er spielt Yoshi. Das ist Heimvorteil. Ganz klare Sache. Er counterpick doch die ganze Zeit Yoshi. Das war die Team Ecstatic. Ja. Es ist mehr oder weniger Armstar und X, aber im Budget. Ja. Es ist Armstar und X aus Penny. Aber er rollt einfach die ganze Zeit. Ja, Mann. Er rollt einfach mit seinem Besten. Aber ist der High? Rollt er tief? Ich bin High, doch ich rolle tief. Oh, er killt seinen Teammate. Nice. Er hat sich einfach voll auf ihn drauf gesetzt. Alter, die fucking Volker hat ihn gerettet. Beat ihn jetzt. Beat ihn jetzt. Aber du musst mal so nachdenken. So geht's ein bisschen schneller. Wird Yoshi nach seiner Rolle in sein Schild wieder reingeforst? Oh, er ist fast gestorben von der Api. Das würde gestört gewesen. Ja, also wir sehen hier, das blaue Team ist auf jeden Fall im Lead. Sie spielen ihre Charaktere auf dieser kleinen Stage besser aus als das grüne Team. Da ist jetzt allerdings kein Jump mehr. Und Rivka schafft es wieder zurück zur Stage. Schöner Down-Smash, aber wird viel durch die Gegend geworfen. Stray-Hit auf das Pikachu killt. Rivka jetzt tot und jetzt muss Opis das ausklatschen, damit wir nicht in ein fucking Reset gehen. Aber es gibt natürlich keinen Bias, deswegen jede Kombo des blauen Teams ist genauso beeindruckend wie wenn wir endlich Single spielen können. Man hat ihn. Er wurde erwischt. Arcadian-Doubles in der Fatima-Hartschel, Alter. Jungen, ganz kurz. Jetzt bin ich aber dafür, dass blaues Team das Game gewinnt. Einfach nur damit es schneller geht. Und wir keinen Gamefighter. Naja, aber ich meine, selbst wollen wir jetzt zwei Games, die das grüne Team gewinnt? Oder wollen wir potenziell sechs Games, die wir noch sehen müssen? Keine Ahnung. Zwei oder sechs? Das dauert ein bisschen lang, also fangen wir einfach mal mit Singles schon mal an. Aber es können auch vier sein. Oh nice, Singles werden gestartet. Das heißt, ich darf spielen. Ich auch. Let's get it. Ich darf gegen... Oh nice, best of drei. Oh nice, best of drei. Okay. Das heißt, ich werde dieses Turnier kein einziges Mal best of five spielen. Ich darf gegen Julian spielen, Jungs. Ich darf gegen Haki spielen. So gefühlt der einzige Spiel auf diesem Spiel, der wirklich richtig viel ISIS-Practice bekommt. So, ich krieg den direkt erste Runde im Winners. Das ist so traurig. Bro. Bro. Als Klei, Jungs, bin da mal weg. Kein Commentary für das jetzt. Das kann sicher keiner geben. Ich glaube, die haben Spaß. Ja. Ich hab seit zwei Stunden nicht in den Spielsland. Ich hab vorhin einmal die Welt gemacht. Wirft wer gegen Nacken. Genau. Haben Sie gegen den Bulls gehen? Ich spiele es. Ja? 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 oder? Oder ja? Ja. Ja, lassen sich mal genau das spielen. Ja? Das macht man nach 등st planners. Ja? Ja? Ja. Ja. Entschuldigung. Das macht man genau das Spiel. Das macht man genau das Hausdruck mit. Ja? Ja. Ja, ja, PERPAP, Warum spielen wir Doubles? Weiß ich auch nicht. Warum gibt es Doubles auf diesem Turnier? Ja, warum gibt es Doubles eigentlich nicht? Doubles kann schon ganz cool sein, aber... Ich weiß auch nicht. Guck dir das an. Digga, Digga, vorhin war das beste Match, wo einfach Parki noch dabei war. Weißt du so, es war Pikachu, Yoshi, Ganondorf und es geht halt da einfach. Wo steht's denn? Zwei, zwei, zwei. Oh, ist es Reset? Ach, ich weiß es nicht mal. Digga, wer weiß das schon, Alter. Wer schaut sich das schon an? Na krass, Digga, wie die das jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Wie das jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber, wie gesagt, die sind irgendwie so auf dem Neuter Seat oder so. Die waren nicht mal Top 8 gesiedelt. Guck dir das an, Alter. Ich sag aber nicht wieso. Weil ich... ...ehh... 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 Müllformat für Müllmöchen. Muss jetzt schon gehen oder nicht? Ist das so? Muss jeder... Ja, muss jeder gehen. Umgelaufen. Geh, geh, geh lieber Rappels spielen. Aber Rack ist gescheiße. Ich würd gern kommentieren, aber ich versteh überhaupt nicht, was er sagt. Digga, ist auch egal. Also so rechts hinten... Digga, ich muss mal zählen, wie oft OB rollt. Musste ja, was soll er machen? Jedes Mal, wenn er rollt, schon. Ja, schon. Wenn wir vorbei ist, dann können wir endlich immer zu einem Market weiter machen, weil OB ist irgendwie ein Amazon. Oh, na großartig. Ja. OB hält alles auf. Boah! Das wär, das wär ein Fasschen. Kennt ihr das Gefühl, wenn HBox im Mützwerk ist und dann gewinnt er das Turnier noch? Ja. So fühlt sich grad irgendwie ab. Oh nein, Digga. Oh nein, die Hände sind nicht, oder? Es ist dieses gleiche... Gleiche... ...schlimme Bauchgefühl, so du weißt. So ganz genau. Und wenn... Ich bin jetzt viel... Oh, das ist gravierend. Der Champion, der ist heute der Match. H-Cards. H-Cards, alter H-Cards. H-Cards, alter H-Cards. H-Cards. H-Cards, alter H-Cards. Nein! Die Krabbe ist gekocht. Der hat das durchgemacht, ne? Voll fast. Ich finde, wir sollten auch mit Krabbe werden. Wir müssen so ein Mr. Krabs Prüftier haben. Nein! Nein, Jungen. So ein bisschen Curry ist auch schön. Das finde ich normaler als eine Krabbe. Der ist so ein Döner, Digga. Das ist auch ein normaler. Der arme Döner. Döner ist aber ekliger, ne? Alles so. Das ist schon geil. Würdest du lieber mit einer Krabbe beworben werden? Oder mit einem Döner? Krabbe, ne? Geil. Kommt aber doch an, wie der Döner hittet. Also, ob's weak hittet. Weißt du? Der hat ja nicht gekocht. Nee, Digga, kommt doch auf einen, ob der Döner mit Schaf. Der hat aber gar nicht, glaube ich. Der hat ihn nur so gestreut. Der hat mich aber... Er steht da. Er steht da. Schau dir gegen Gott nicht. Da kommt alles zusammen so, ne? Der ganze Hass und so. Wird verkörpert durch dieses... Krustentier. Und deswegen ist er so wütenqual. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Nein, jetzt bin ich klar, dass er mitführt, Alter. Er lebt ein richtig bescheißes Leben. Aber das ist das einzige in seinem Leben, was er richtig was bedeutet. Was er empführt hat. Da hassen die alle. Das muss richtig scheiße sein. Also, ich würd's... Also, ich würd's trotzdem weiter rocken. Ich meine, er gewinnt alles. Digga, warum denn Pokémon? Natürlich ist das auch zweitig. So, also... Aber das verdient's ja auch so. Ja, aber das Ding ist so... Ja, aber das Ding ist so... Ich glaub, das ist jetzt... Ab dem Sinn, das ist nur noch ne Abgangsspiele. Er war vielleicht... Er war vielleicht ein richtiger Fickster und wusste es nicht besser, aber... Bis dann zu trotzig, um sich das einzugestehen, jetzt können wir das eh keiner hören. Also, egal. Er könnte jetzt scheiß Mutter Theresa sein. Das würde genauso weiterhauen. Das ist das Ding. Du meinst nicht, ob der jetzt guter Typ ist. Weil... Mir ist es halt egal. War schlecht. Ja, ich hab den dreimal geschossen, aber... Es hat so ein... Es hat so ein... Es hat so ein richtiger... Es hat so ein richtiger... Es hat so ein richtiger... Es hat so... Es hat so richtig unangenehm mit so... Leute ignorieren, wie ihr nicht kennt. Die im selben Raum stehen. Die vielleicht auch bei irgendetwas helfen. Wann kommt der Bus? Dann und dann. Mustafa, wann kommt der Bus? Oh mein Gott! Postet eure Krabben, Leute! Er fragt uns, wann der Bus kommt. Wann kommt der Krabben? Ja, genau. Er fragt uns, wann der Bus kommt. Er fragt uns, wann der Bus kommt. Ich so da und da. Er so... Oh Gott, der Bus. Er fragt mich an und sagt so... Auf Deutsch raus. Er so... Was für ein Huren so... Dann hat er mir gelacht. Er muss dann was ja holen, was er mir sagt. Dann hat er mir gesagt, okay, dann kommt es mir gar nicht. Er hätte es ihn anlügen müssen. Wir haben nicht viel zu mentieren, vielleicht. Ja. Ist das eine Desperation, man? Der war ganz ganz okay. Gar nicht. Scheiße. Konsti, sehr verzweifelt. Mein Turnier wird aufgehalten. Es geht auf mein Turnier. Boah. Ich seh es. Es kommt noch ein Bracket-Ressort. Gab es das noch nicht? Nein. Oh mein Gott. Digga, da steht noch so ein dickes A hier. Ja, ich dachte. Ja, nein. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Ja. Also... Auf die erste Fall. Auf die erste Fall. Hey, Dusan, was geht? Das ist das erste Set, ja. Wir hoffen, dass es bei denen bleibt. Es ist halt jedes Game legit vier Minuten und wir sind mit ihm. Mein Turnier. Oh nein. Sie verzögern alles. Diese Huren. Warum spielen da so komische Mittiers? Ich find's so sauer. Ich find's so sauer. Ich find's so sauer. Ich hab mir die ganze Mühe gemacht, dieses scheiß Arcadian zu hosten. Und dann kommen diese scheiß Mittier-Mains. Oh no. Wir kommen ein bisschen Stubble-Strand. Ja, ich kann jetzt mal... Reset! 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 Den, den... Rippa spielt jetzt den Stocks in das Leben. Er muss... Rippa spielt den Stocks in das Leben. Rippa spielt den Stocks in das Leben. Rippa spielt mich nicht. Rippa spielt mich nicht. Rippa spielt mich nicht. Ich konnte einfach die Katschung abschlen. Einfach das zweite Set dann off-Stream. F-Dick! Steht mal auf jetzt. Oh, Reset! 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 Ihr seid alle H-Box. Ihr seid alle H-Box. Let's go! Richtiger Dis-Respekt einfach. Wirklich? Ja! H-GOKZ! Ja! Oh my God! Konstantin ist so verzweifelt. Ich und Schick kannst ihn sehen. Ach so. Wie schreibt man das? Weitere ist egal. Man kann es auswählen. Okay, jetzt aber seriöse Kommentar. So, wie viele Games wird es jetzt geben? Also alles unter 5 wäre schon enttäuschend. Wenn es jetzt 3-0 wird, dann wird es nach dem Reset. Man muss den zweiten Unterschied gewinnen. Ja, ja, ja. H.O. für Scots. Okay, bitte Off-Stream, Leute. Gentlemen, du, alle Games und Kiosch. Wirklich, ne? Wir dürfen eigentlich nicht mehr auf Pokémon gehen. Mach doch ein neues Rules-Set. Hier ist es mitten drin. Ja. Alle Stages gebannt. Du sagst, ab jetzt nur noch Joschins. Das ist Rivka auf dem Emote. Ja, ab jetzt nur noch Icing in Mauten. Ab jetzt nur noch Best-Of-One. Best-Of-One allein. Was macht Off-Stream? Off-Stream? Off-Streams. 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 Alle sind kreiert, es ist so hype. Hey, go! Digger, gestört! Wir fühlst es mit dem Upsmash, ey. OOOH! Und wird geupsmasht. Was passiert eigentlich bei Double-Trips beim Time-Out? Dann werden alle decubed. Nee, dann gewinnt halt tatsächlich wahrscheinlich das Team. Das ist insgesamt weniger Prozent. Mehr Stocks oder? Mehr Stocks und dann insgesamt weniger Prozent. Ja, würde ich halt sagen. Aber wie soll denn Double-Type-Breaker, Alter? Das ist halt... Wie schafft man das? Zwei Puffs hier, zwei Puffs dort. Das geht schon nix. Ob wir bei Puff gegen Puff sind lustig, dass die Gegenleistung besser sind. Ja. Ich bin für das Team, das das erste Game gewinnt. Also ich hätte Puff bietet. Ich bin dafür, dass die Schere steigpapier machen. Ich hätte einfach Puff bietet. Ich habe da einfach einen E-Sport. Ich bin für alle Puff bietet. Oh. Boah. Wie, 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 wie. Die Stauern einfach exos. Oh, atze. Konstantin ist weg, er hat aufgegeben. Achso, nee, er ist hier. Ja, aber das war super voll. Wo ist dein Pite? Das war super voll, ich hab's gelassen. Die bescheißen einen sowieso, Alter. Das ist wirklich so. Muss ich eSports sein? Ne, ähm... Dieser Dönerladen um die Ecke, die bescheißen einen. Und Konsti hat keinen Pite geholt, weil... Zu große Schlange. Ist super voll. Wo ist dein Pite? Wo ist dein Pite? Wo ist dein Pite? Konsti, wo ist dein Pite? Käse kommt nur zu NTSC-Turnieren. Was für ein fantastischer Mann! Wie kann ein einziger Mann so fantastisch sein? Ich versteh's nicht. Käse ist doch nicht fantastisch, Digga. Wie macht Käse das? Ich versteh's nicht. Kannst du einfach sagen, dass es so kontrovers und so mutig ist? Aber doch so mutig, ja. Oh, los geht's! 1-0 für Cerv. Käse ist nicht mal vegan, Bruder. Jetzt bin ich für Cerv. Ich hab's schon gesagt, wenn das Game gewinnt, für den bin ich. Sehr vereint. Oh, ich hab's schon. Komm mal mit den Reisern... Ja, zerfällt's ja schon, jetzt oder? Ich hab's schon gesagt, wenn nicht der Tor dreist. Komm mal zum nächsten Arcanian vorbei. Ja, aber wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Digga, du dann. Nicht hier. Ich wollte gerade sagen, du dann. Weißt du, so lange du nicht hier bist, ist halt scheißegal, Digga. Hä, du dann ist doch nicht jünger als du. Hä, locker nicht, Vortil. Digga, Vortil, wie alt bist du? Wie alt ist denn Vortil? Ja, keine Ahnung, Digga. Hä, locker 19 oder so. Ja, bestimmt. Das hältst du. 20 oder so. Oh. Oh, du alter Sack. Deine Hände halten noch mit. Krass. Hä, im Vortil, du bist 28er, oder? Spaß, Digga. Luzan ist genauso alt. Das hat er vorhin auch in den Check geschrieben. Wir hören einfach auf zu fragen, wenn jemand über 28 ist. Weil die Leute schämen sich immer so. Ja, ich bin 30. Ich spiel immer noch Melee. Ich spiel immer noch Melee und kein Ultimate. Hey, Brawl ist das Beste. Was? Raus. Kann ich nicht machen, weil ich mir schlauze. Nein, komm mal. Brawl, Meta, nein. Security. Digga, Brawl, Meta, nein. Du gewinnig und du dich in der Mitte. Weil du so fantastisch bist. Ich spiel immer noch. Nein, Digga, da steht ohne Tats. Da steht ohne Tats. Ich lerne mal erleben. Ja, aber was für Menschen Tats gewinnt, kann ich ja gar nicht. Aber da steht extra ohne Tats. Aber wenn Bayern gewinnt, gewinnt auch der Manager zum Beispiel. So, auch wenn ich Klaus extra drinstehe, der Manager von Bayern gewinnt nicht, die gewinnt nicht aus dem Sinn. Wie viele Rests hat eigentlich schon aus dem Schnaufer? Ofis? Keine Ahnung. Wer schaut sich das schon an? Ja, aber dazu muss er schreien. Es ist schlimm, wenn du Melee nicht mit acht Jahren angefangen hast. Dann wirst du niemals was reißen. Es ist vorbei. Bevor es begonnen hat. Deswegen verliere ich immer. Ja, es ist vorbei, einfach. Ich spiele ja seit zwei Wochen. Digga, weißt du, wann Artur geworden ist? Gestern. Artur ist der talentiertste Spieler. Spieler spielt seit 24 Stunden eigentlich. Ja, nein, aber... Nee, erst 24, ne? Echt jetzt, Digga? Ich glaub schon, ja. Breh, das glaub ich dir nicht. Oder? Digga, du meinst dir immer anders. Ja, Artur. Ja, ich dachte... Digga, dass jeder verarscht mich mit seinem Alter. Ich dachte erst mal, er war 22. Und jetzt hab ich irgendwo gehört, er ist 22. Er sagt, Artur ist 20. Er sieht viel älter aus, oder? Digga, ich schwör dir, ich hab meine gesamte Smash-Karriere, aber ich glaub, Artur ist älter als ich. Heute erfahr ich erst 24, Digga. Heute erfahr ich erst jünger als ich, und ich... Nein, Digga, du locker nicht aufhören. Das ist so schlimm. 24 kann ich noch glauben, aber 22 ist nicht. Digga, ich war 23, als ich fertig spielte. Digga, was bist du für'n Genie, Alter? Richtiger Streber, Alter. 1, 1, 1, 1, 1. Und ich spiel halt nur seit zwei Wochen Melee, also ich bin eigentlich der talentierteste Spieler in diesem Raum wahrscheinlich. Und du kannst mich nicht spielen erzählen, nur weil niemand mit dir spielt. Oh, du klar, das ist jetzt 1, 1. Ja? Okay. Arthur ist Charon, by the way. Nein, ich bin... Du sagst, ich bin tatsächlich 25, ne? Also... Genau. Digga, das wollte ich halt echt nicht glauben, dass Arthur jünger ist als ich. Das ist... Harte... Ja, ja. Du bist älter als Charon. Das macht nämlich gar keinen Sinn, Bruder. Ja, ne? Aber es liegt einfach daran, weil Charon immer voll lange diesen Hobo-Mode hatte. So mit langen Haaren, Bart und so. Und deswegen... Man sieht da ein bisschen älter aus. Keine Offense. Das war nicht böse gemeint. Digga, no take. No take, leider. Meine Hände sind unvernichtbar. Digga, Hermann Fox, weißt du, aus was, wie Fox Füße sind, Digga? Das hat keiner als Hände. Das sind meine Hände. Einfach diese Stahlprothesen so. Guck. Boah, krass. Welcher Anwalt sagt Hobo-Mode? Das lese ich auch immer in den Schriftsätzen, tatsächlich. Schreibe ich auch immer in meine Urteile rein. Wie gesagt, wie in der Verteidigung, leider. Erstmal Hobo-Mode aktivieren. Die Türkenhände. Die Türkenhände. Problem. Richter Ghostbull Hobo-Mode. Das ist ein Dabs. Hey, Irfan, es war 28. Jetzt lügt mal hier nicht die Leute an. Du alter Sack. Aber eigentlich krass, ne? Eigentlich müssten wir ihn alle Irfanabi nennen. Digga, früher Grand Final ist so drei Pokémon am Start. Drei... Yoshi. Der Start ist echt perfekt. Ja, halt wirklich. Game 10. Ja, das ging es schon. Irfanabi ist der, der im Lambo und Ferrari sind. Die Sau, die Arabi-Money-Wood. Schick sie ihn legit aus wie Strunkling-Pokémon-Trainer und ihre Viecher-Laufnahme an. Als ich 21 war, habe ich, glaube ich, noch CF gemamed. War nicht so toll. War nicht so geil. Kann ich, kann ich confirm, ist nicht so schön. Ist ein schlechtes Leben. Vor allem hatten wir da noch Luma und so alle noch hier, diese scheiß Sheet-Mains, ey. Jetzt ist eigentlich die Zeit, um CF zu mainen, finde ich. Aber bei dir ist es doch schon. Ja, ja, das ist... Arthur. Fertig. Ich hab' hier schon... Aber wenn ich CF maine, dann gibt's mich nicht mehr. Okay. Dann hör' ich auf zu existieren. Dann gibt's noch Stivo. Ja, ich... Das ist anstrengend. Ja, kann ich. Ich freue mich schon auf Game 10. Nee. Ja, nicht, ey. Nicht nur so schön, dass ich das schütten wollte. Einfach Stivo, einfach Stivo so zum Esteten bringen. Ich glaube, so müsste man später. Wo es sich nicht mehr gibt, muss ich zumindest einmal noch Awaken haben. Hallo, ich bin wie ein Gott gefahren. Ja, du ja. Aber alle anderen einfach aus dem Risiko, das geht mir eigentlich. Ich hab's von München nach Berlin in, ich glaub, vier Stunden... Vier Stunden geschafft. Das klingt ungesund. Ja, ja, vier Stunden glatt. Also 3,55 Minuten, das war crazy. Aber es war geil. Let's go! Autobahn ist schon eine nice Sache. Digga, Deutschland ist schon geil mit den Autobahnen. Ja, ja. Aber bei Consti war ich vorsichtig, weil wenn er abkratzt, dann bin ich auch so ein bisschen schuld. Ist ja auch nicht so toll, eigentlich. Und wenn ich dann noch überlebe, dann muss ich mir anhören und so, boah, du hast unseren TO gekillt und so. Ist ja auch alles so. Wenn ich dann noch überlebe. Ja, so. Oh Gott. Wahrscheinlich dann auch noch so wie Hände verkrüppelt. Ja. Kann ich ja nicht mal Melee spielen. Ist halt nur so wie Lose-Lose-Situation. Ja, ja. Hoffe, dass GF läuft immer noch. Ja, ich bin so sauer. Mein Turnier! Mein Turnier! Sie ruinieren mein Turnier. Spiel deinen Main! Spiel deinen Main! Spiel deinen Main! Banane! Banane! Spiel deinen Main! Ja, aber sie machen das auch mal. Sie machen das. Wie viel Geld steht hier eigentlich auf dem Spiel? Für den ersten Platz 40 Euro. Für den ersten Platz 40 Euro? Ja, aber geteilt halt, ne? Drei Euro und einen Köfteschuss! Boah, Köfteschuss! Reste oder mal jetzt? Da müssen beide Teams weiter werden. Ja, denk ich auch. Ich finde beim nächsten Acadien müssen wir diese Teams dequeuen einfach. Bam! Ich habe schon genug für die Community getan. Spat-Time-Nuke. Digga, neue Regel. Ab mindestens zwei Mitglieds im Team, äh, im Grand Finals Team, äh, wird das nicht gestreamt. Ja, das Zeichen. Es ist ja egal, ob es gestreamt wird oder nicht. Sie hatten jetzt fast den Rekord. Drei Minuten. Ja, Digga. Aber dann konnte man halt... Ah, okay. Die können halt noch nicht mit Zingles weiter machen. Ah ja, stimmt. Ah ja. Oder wir verkürzen den Timer auf eine Minute. Haha. Ja. H1-Dot. Hey Digga, einfach Statenbeth, Digga. Boppen. Du spielst einfach fünfmal Statenbeth mit Boppen, Digga. Das ist das einzig Wahre. Hat schon mal jemand Statenbeth mit Teams gesehen? Ne. Kann ich schon. Geht das? Na klar, wenn zwei Leute übrig sind. Ja, irgendwie schon, oder? Na klar. Wollen dann alle wieder? Nur nur die letzten zwei. Wahrscheinlich alle. Oh, Meningitis Scare von 2017. Erinnert ihr euch noch? Nur echte Meltdown-Kids erinnern sich daran. H1-Dot. 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 W2-Dot. F1-Dot. W1-Dot. F1-Dot. Uh... Ganz klar, ganz klar, ganz klar. What's real, Millie? Let's go, oh Banana. Game 5. Game 5. Bananen? Nein, Digga, was passiert hier? Kahn will ich es jetzt auch wissen, Alter. Ich will jetzt auch Game 5 sehen. Weißt du, es gab einen Punkt, an dem wir hätten aufhören müssen. Aber wir haben den schon so lange überschritten. Ich will jetzt sehen, was passiert. Oh, jetzt Game 5. Ich will jetzt Game 5 sehen. Hey, Digga, ich glaube, es war noch kein einziger Satz-Kommentary. Was, was sind diese... Oh, nice backhand. Danke, danke, danke. Das ist eine Backhand war für die Mann, für die Leute. Oh, das war's. So, Krabbe ist es vorbei, Krabbe ist es geschafft. Krabbe ist es vorbei. Braucht ihr eine kurze Pause oder wollt ihr direkt weiterspielen? Okay. O.B. haben die Krabbräcke.